So, guten Abend. Dann darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen an dem Freitag vor Pfingsten bei Superwetter und toll, dass so viele gekommen sind. Ich glaube, das liegt auch an dem Thema, weil was Aktuelleres als dieses Thema gibt es, glaube ich, im Moment nicht. Egal, wo man hinkommt, egal, mit wem man redet, ist es mittlerweile Thema, was ist los in Deutschland, was passiert mit unseren Heizungen. Und deshalb begrüße ich Sie zu der Veranstaltung Hintergründe der aktuellen Energiepolitik. Und gerade ist ja nochmal die Beschlussfassung im Bundestag verschoben worden. Die Spannung steigt. Wird es noch vor der Sommerpause verabschiedet oder nicht? Und vor allen Dingen, wie wird es verabschiedet? Was sind die Inhalte und ab wann gilt was? Also im Prinzip ist alles offen. Für mich war da nochmal so in Erinnerung an meine Tätigkeit in den letzten Jahren, dass man sagt, Demokratie ist echt anstrengend. Und ich denke, die Kritik, die wir haben, ist in vielen Teilen berechtigt. Aber wir geben ja die Hoffnung nicht auf, dass wir doch vielleicht zu einem Ergebnis kommen, das dann für die Bürgerinnen und Bürger akzeptabel ist, weil die meisten Menschen in Deutschland, also die Mehrzahl ist ja dafür, dass wir was für das Klima tun, dass etwas passiert. Und die Frage ist natürlich nur was. Und die Punkte sind, es ist einfach zu teuer, sowohl für die Mieterinnen wie die Mieter, als auch für die Eigentümerinnen und Eigentümer. Und die Frage ist auch, was ist Ideologie und was muss wirklich passieren? Und wenn man jetzt sieht, das sind so Daten, die in den letzten Wochen herumkursieren, 40 Prozent der Häuser in Deutschland können die Anforderungen dieses Gebäudeenergiegesetzes überhaupt nicht erfüllen. 70 Prozent der Bürgerinnen wollen angeblich nicht, dass das Gesetz verabschiedet wird oder dass es realisiert wird. Und im Saarland, das konnte man jetzt auch in der Saarbrücker Zeitung nochmal lesen, gibt es ein und zwei Familienhäuser. Dort sind die Heizungen im Schnitt 17,2 Jahre alt, bei Mehrfamilienhäusern 22,6. Und 89 Prozent aller Wohnungen im Saarland werden zentral beheizt. Und was mich auch nochmal erstaunt hat, 48 Prozent davon sind Ölheizungen und 25 Prozent Erdgas und knapp 5 Prozent Kohle. Und wir haben halt auch eine Eigenheimquote von 64,7 Prozent. Und da ist es natürlich eine große Frage, was passiert jetzt und wie akzeptieren die Menschen diese neue Klimapolitik? Und ich glaube, die hängt ganz entscheidend von diesem Gesetz ab. Und sie ist auch die soziale Frage, nämlich die Verteilungsfrage. Aber nichts zu tun ist auch keine Alternative. Und deshalb freue ich mich, dass ich, als ich auf Herrn Rauls und auf Frau Paul zugegangen bin und gesagt habe, das wäre doch ein Thema für die Stiftung, weil das aus meiner Sicht das Thema überhaupt im Moment in Deutschland ist, dass sofort die Offenheit da war, ja, können wir machen. Und dann war ich sehr froh, als wir Marcel Dubois angefragt haben, der Vorstand ist bei den Energiewerken in Neunkirchen und wirklich von der Pike auf gelernt hat. Der ist seit 25 Jahren in der Energiewirtschaft tätig. Er hat Elektrotechnik studiert an der HTW hier in Saarbrücken mit dem Schwerpunkt Energietechnik. Er war zuerst bei den Stadtwerken Saarbrücken tätig, jetzt, wie gesagt, bei der KIW und ist seit 2019 auch Vorstand. Also er hat wirklich so die Stufen erklommen und ist also jemand, der das Thema auch aus der Praxis kennt. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Kommunaler Unternehmen im Saarland, VKU. Und wird uns jetzt zunächst mal so ein bisschen die Hintergründe auch erklären der aktuellen Energiepolitik, weil es ist immer wichtig, dass man auch so eine Basis hat für die Diskussion. Wir beide haben uns auch im Vorfeld schon mal unterhalten und ich fand, wir haben schon eine gute Idee gehabt, wie die Ampel das Thema lösen könnte. Ob die auf uns hören, wissen wir nicht, aber deshalb freuen wir uns, wenn wir jetzt mit Ihnen diskutieren. Und natürlich können Sie auch Fragen stellen. Und Herr Dubois hat gesagt, dass es auch möglich ist, dass man zwischendrin mal eine Frage stellen kann, wenn es Überhand nimmt, dass der Vortrag dann zu lang dauert. Dann werden wir einschreiten, aber Sie können auch gerne zwischendrin dann eine Frage stellen. Frau Paul wird das dann beobachten und Ihnen das Mikrofon geben. Und wir versuchen jetzt so, dass wir in eineinhalb Stunden das Thema bearbeiten können. Und ich würde jetzt direkt Herrn Dubois das Wort geben und freue mich auf eine spannende Diskussion und einen guten Vortrag. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie heute den Weg hierhin gefunden haben. Die Frau Britz hat es ja schon gesagt, bei schönem herrlichen Wetter, wo man auch draußen sitzen könnte. Aber ich habe mir sagen lassen, es gibt nachher auch einen guten Weißwein. Also von daher gesehen, alles in Ordnung. Ja, Energiepolitik. Als ich angefangen habe im Bereich Stadtwerke, Energiepolitik, hat sich für das Thema eigentlich fast niemand interessiert. Wer wusste schon, was eine Kilowattstunde ist. Wenn es hochkam, wusste man noch, was für einen Abschlag man bei den Stadtwerken bezahlt hat. Das war es eigentlich. Also die Versorgung in Deutschland war gesichert, war sehr konservativ. Wir haben einen hohen Autarkiegrad gehabt in der Bundesrepublik über die Versorgung mit Kohle im Saarland oder so. Wir waren unabhängig. Die Abhängigkeit von russischem Gas war damals relativ gering. Und man hat sich dann bei der Energiewende, wo ich Mitglied war hier im Saarland, darüber Gedanken gemacht, wie macht man beim Solarkocher, wie macht man tatsächlich Ersatz von fossilen Energieträgern, auch im kleinen Bereich, Photovoltaikanlagen. Und wer eine solarthermische Anlage aufs Dach gemacht hat, hat das meistens gemacht, weil der Heizungsbauer gesagt hat, macht das in einem einzigen mit. Und Stadtwerke haben Förderprogramme aufgelegt, weil das kaum einer machen wollte, weil es mehr Aufwand war. Das war sozusagen der Beginn insgesamt. Dann über das Thema natürlich Atomkraftwerke, Ausstieg ist das etwas populärer geworden. Und dann fing es jetzt vor allem mit den Energiekrisen, mit den Klimaschutzzielen, fing es an sehr interessant zu werden. Und man kann hervorragend mittlerweile in allen Medien, ob das jetzt über den Spiegel, über den Stern, über dieser Brücker Zeitung, wird das Thema, sagen wir mal, im Moment sehr, sehr hoch gefahren. Also man kann sich darüber tatsächlich sehr breit informieren und sehr einfach informieren. Ich habe mal, also das ist klar, ich habe mal eine Agenda mitgemacht. Natürlich stelle ich kurz die KW vor, die Energiepolitik und Klimapolitik. Wir kommen natürlich auf den Strommarkt, weil ohne den funktioniert die ganze Transformation, des Energiesystems nicht. Wir steigen dann auch in den Erdgasmarkt ein und gehen zum Schluss auf das Thema Wärmemarkt insgesamt ein. Ja, die KW als Teil der energiepolitischen Familie im Saarland. Wir haben 17 Stadt- und Gemeindewerke, die komplett das versorgen. Und ich stelle deswegen immer die KW vor, weil ich sage, KW, kommunale Energie- und Wasserversorgung, der Kreisstadt Neunkürchen. Wir versorgen noch Schiffel, Spießen-Elversberg, betreuen auch, ich bin Geschäftsführer der Gemeindewerke Köckel, mit 90.000 Einwohnern insgesamt, die wir umsorgen von Neunkürchen aus, also 10%. Wir sind ein klassisches Stadtwerk, was man im Prinzip hier an den Anteilseignern der Kommunen insgesamt sieht. Wir haben halt historisch gewachsen, einen Namen, auf die sich geeinigt werden musste, weil Stadtwerke Neunkürchen für einen Spießer, das wäre nicht, das hätte nicht funktioniert. Also hat man sich das überlegt. Aber wir sind eigentlich die Stadtwerke Neunkürchen und für die Region und Umgebung. Einfach nur kurz die Vorstellung der KW. Und ich komme auch direkt schon zur Energie- und Klimapolitik. Ja, die Energiewende ist die größte industrielle Herausforderung der letzten 100 Jahre. Und man sieht ja auch, was die Zustimmungsraten angeht, dass 92% der Bürgerinnen und Bürger sind für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Wir haben einen Hochlauf der erneuerbaren Energien. Das Saarland will den Anteil an Ökostrom verdöppeln. Wir haben eine Elektromobilitätswende. Wir haben eine Wasserstoffstrategie. Die EU will fit for 55 klimaneutral bis 2050 werden. Wir haben eine Wärmewende. Die Wärmewende ist ja das, was im Moment gerade aktuell diskutiert wird. Und auch, sagen wir mal, ein großes Blatt mit fünf Buchstaben, vier Buchstaben, hat ja heute, glaube ich, getitelt, wenn ich das richtig erzählt bekommen habe, jetzt will man mit Stasi-Methoden sogar die Keller ausspionieren, um zu wissen, was drin ist. Also es ist wirklich in aller Munde das Thema drin, Wärmewende komme ich, wie gesagt, drauf. Aber um die Wärmewende zu beschreiten, muss man erst mal wissen, wie funktioniert denn sozusagen der Pfad hin zur Klimaneutralität? Wie stellt sich die EU, die Bundesrepublik Deutschland, das Ganze vor? Und der BDEW hat an der Stelle, Entschuldigung, der BDEW hat an der Stelle mal so einen schönen Plan gemacht, Strom und Gas und Wärme zur Klimaneutralität. Ich habe nur mal Schlagworte rausgenommen aus dem Bild, nämlich, wir müssen Strom aus Erneuerbaren machen, E-Mobilität. Die EU hat ja auch ganz klar gesagt, wir steigen aus dem Verbrenner aus. Wir haben digitale Energiewelt, brauchen wir zum Steuern des gesamten Systems. Wir haben, die Industrie muss auch CO2-neutral werden, wesentlich schneller als jetzt die Wärmewende, die wir sehen, darauf komme ich auch noch. Wir haben eine Netz- und Netzsteuerung, weil die Netze können das alle nicht, darauf gehe ich auch gleich nochmal ein. Wir haben eine Wärmoplanung der Kommunen mit Quartierslösungen. Flexibilitäten müssen erhöht werden und wir haben eine Transformation der Gasnetze, haben wir vor uns. Also relativ viele Aufgabenstellungen für die nächsten Jahre. Und man sieht sehr, sehr schön an dem Bild, dass zu erreichen, dieser einzelnen Sektoren, eine sogenannte Sektorenkopplung notwendig ist, dass man sich mit ganz vielen Fragestellungen auf einmal beschäftigen muss. Weil man muss sagen, wenn man Gas ersetzen wird, welche Gase nimmt man? Hat man eine Wasserstoffstrategie? Nützt Wasserstoff tatsächlich der Frau Britz, wenn sie umstellt und ihre Gasheizung erst in zehn Jahren rausnimmt? Ist das dafür vorgesehen? Hat die Bundesregierung das auf dem Schirm? Will sie das überhaupt? Wenn man Strom sagt, ist vor allem der Effekt, den man erreichen will, dass der Strom insgesamt grüner werden soll. Und dazu muss man natürlich die entsprechenden Windanlagen bauen. Man muss Photovoltaikanlagen bauen in kleinem Maße, im großen Maße, um hier in die Dekarbonisierung zu kommen. Und man braucht natürlich, weil ansonsten bricht das Netz zusammen, weil dafür ist das Netz nicht ausgelegt, stabile Stromnetze, um alles das, was man vorhat, natürlich auch in die Netze zu bringen und dem Bürger, dem Kunden, der Kundin, der Bürgerin zur Verfügung zu stellen. Und es wird von zentral auf dezentral umgestellt. Und natürlich, was im Moment heiß hergeht, die Fernwärme muss ausgebaut werden. In großen Städten war das schon immer der Fall, dass sie sich damit beschäftigt haben, in Ostdeutschland. So oder so. Und es ist in aller Munde insgesamt das Thema, weil man glaubt, halt über Quartierslösungen hier ganz viele Kundinnen und Bürger, Bürgerinnen und Bürger anschließend können, dass sie sich halt nicht einzeln und jeder darüber Gedanken machen muss. Funktioniert aber nicht in dem Form, jedenfalls nicht flächendeckend. Ja, System, also das Ministerium und die Bundesregierung hat eine Strategie, das ist die Systementwicklungsstrategie. Und bei dieser Systementwicklungsstrategie, ich muss jetzt echt, ich muss den hier hochnehmen, das ist nicht zu weit. Moment. So, geht das? So, Systementwicklungsstrategie, die aus Teilbereichen, Industrieplanung, Sektorenstrategie, Energiestrategie, die Biomasse-Strategie, also es geht nach einem Plan insgesamt vor. Und dieser Plan mündet dann in Gesetzen, die wir ja auch heute mit Gebäude, Energie, Gesetz etc. sehen. Und wenn man sich mal so anguckt, welche Verordnungen hinter den kompletten Systementwicklungsstrategien dann halt stehen, sieht man zum Beispiel Fokus auf klimaneutrale Energie bis 2045. Da muss zum Beispiel das BIMS, die BIMS-Novelle muss gemacht werden. Oder wenn ich das Thema kommunale Wärmeschwerpunkte mache, dann muss ich zum Beispiel die AVB Fernwärme vor, also allgemeine Versorgungsbedingungen für die Fernwärme muss ich anpacken. Ich muss hingehen, wenn ich sage, ich will mehr Kraft-Wärme-Kopplung, auch wenn sie mit Wasserstoff ist, muss ich das KWK-Gesetz, also Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz anpassen. Also man sieht, das gesamte Konstrukt greift in ganz viele Gesetzesvorhaben. Und jetzt bin ich noch nicht mal bei dem Thema Netzausbau, Netznutzungsentgelte. Funktioniert das tatsächlich, dass in einer Straße jeder zur gleichen Zeit die Wallbox, die Wärmepumpe anmacht und gleichzeitig wahrscheinlich im Sommer noch dann auch noch kühlt, weil man baut ja gerade mit um. Das ist noch überhaupt gar nicht insgesamt dabei vorgesehen. Auch das Thema Wasserstoff komme ich dabei, wie das Hochlaufen des Wasserstoffs funktionieren soll. Aber es kann natürlich heute auch noch niemand sagen, was kostet Wasserstoff dann letztendlich, wenn es im großen industriellen Maßstab hergestellt wird. Oder was kostet uns die CO2, die Tonne in 2045, wenn wir es alles erreichen wollen. Das sind alles Annahmen, die getroffen werden müssen. Und dann muss man natürlich auch zum Beispiel über den Paragraf 14 im neuen Gesetz zur Steuerbarkeit von Verbrauchereinrichtungen muss man sagen, ja, wenn der Nachbar seine Wallbox anmacht und meine Wärmepumpe geht gerade an, dann müssen die Gegeneinander verriegelt werden. Ansonsten wird es dunkel, weil die Sicherungen fallen. Also auch das muss mit berücksichtigt werden mit der Digitalisierung der Energiewende. Sie bekommen alle moderne neue Zähler in ihre Häuser. Es wird alles steuerbarer. Also das ist im Moment gerade das, wo wir dran sind. Und das sieht man ja schon im Rahmen der Energiekrise 2022, 2023 sind ja schon ganz viele Sachen in kürzester Zeit gemacht worden. Wir haben ein LNG-Beschleunigungsgesetz gehabt. Wir haben LNG gebaut. Wir haben ein Gasspeichergesetz gehabt. Sie können sich alle daran erinnern. Sie haben von Ihren Stadtwerken wahrscheinlich alle einen Brief bekommen, Gasspeicherumlage und Gassbeschaffungsumlage. Es wird 0,5 Cent teurer. Und dann ungefähr einen Monat später haben wir die Gassbeschaffungsumlage wieder gesagt, sorry, ist dann doch wieder zurückgenommen. Also es ist einem teilweise wie die Echternacher Springprozession vorgenommen. Also zwei vor, eins zurück. So ist das Ganze im Prinzip in der Zeit. Aber aufgrund der Ukraine-Krise muss man sagen, man muss ja auch Lob aussprechen, das BMWK hat in dieser Krise einen hervorragenden Job gemacht. Also man glaubt das ja nicht, wenn man jetzt warm sitzt und glaubt, warum hat man das gemacht. Aber das BMWK hat einen hervorragenden Job gemacht. Es hat tatsächlich verhindert, dass wir in eine Gasmangellage reingelaufen sind und hat auch das Thema KWK, also Atomkraftwerke, Verlängerung insgesamt, alles mitgemacht, alles zur Versorgungssicherheit. Also das darf man nicht vergessen. So und wenn man sich jetzt die Treibhausemissionen halt anguckt, welcher Sektor hat die meisten Treibhausemissionen in 1990 erzeugt, das war die Energiewirtschaft. Also insgesamt Strom und Gas vor allen Dingen mit 466 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Und hier ist das Ziel halt insgesamt und deswegen Sektorenkopplung über die komplette Bandbreite von Landwirtschaft, ist ein bisschen wenig, aber Verkehr, Gebäude, Industrie, Energiewirtschaft. Das nennt man Sektorenkopplung. Also es wird nicht jeder Sektor einzeln betrachtet, sondern es werden alle zusammengenommen und alle zusammen in der Sektorenkopplung müssen in 2035 77 Prozent reduzieren bis 2048 Prozent und 2045 wollen wir klimaneutral werden. Das ist das Ziel. Das sind nur noch knapp 20 Jahre und deswegen ist die Geschwindigkeit im Moment sehr hoch in der kompletten Geschichte. Was bedeutet Fit for 55? Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, bis 1955 ist klimaneutral. Ist aber nicht der Fall. Man will bis 2030 minus 55 Prozent Treibhausemissionen haben von 1990. Also Fit for 55 heißt nicht die Zahl, sondern das erste Ziel und die EU will etwas langsamer sein als die Bundesrepublik Deutschland, nämlich nicht bis 2045 klimaneutral, sondern bis 2050 soll eine Klimaneutralität der gesamten Europäischen Union hergestellt werden. Wie will man das erreichen? Über den CO2-Zertifikatehandel, da gehe ich nochmal drauf ein. Natürlich sagt man auch, die soziale Komponente über die Klimafonds sind wichtig und der CO2-Zoll soll eingeführt werden, weil was nützt es, wenn wir hier alles in Europa klimaneutral sind, wenn wir im Prinzip Produkte aus Übersee bekommen, die CO2-belastet sind ohne Ende. Also auch dort ist eine ganz klare Zollgeschichte, eine Steuerbarkeit hintendran. Das da ist jetzt vielleicht ein bisschen klein. Ich gehe aber auf das Thema Emissionshandel 2 ein. Es gibt, die wesentliche Aussage der Folie ist eigentlich, es gibt schon einen CO2-Zertifikant in der EU, nämlich für große Energie- und Industrieanlagen. Die sollen tatsächlich bis 2040, also zehn Jahre früher, als das übrige klimaneutral sein. Dafür gibt es auch schon einen Zertifikatehandel. Neu dazugekommen ist tatsächlich der Energie-Zertifikatehandel 2. Und hier habe ich Gebäude unterstrichen. Der soll bis 2050 klimaneutral werden. Es gibt eine Notfallklausel, aber da gehe ich drauf ein. Ist das etwas Neues für die Bundesrepublik Deutschland, für die Bürgerinnen und Bürger oder die Kundinnen und Kunden im Gasnetz? Nein. Die Bundesrepublik hatte schon einen nationalen Emissionshandel eingeführt. 2021 haben Sie vielleicht an Ihren Gasrechnungen gemerkt, hat Ihr freundlicher Gasversorger Ihnen eine Rechnung oder eine Änderung geschickt, hat gesagt, es wird teurer, hauptsächlich wegen des, das muss ich ablesen immer, Brennstoffemissionshandelsgesetzes, BEHG. Da wurde schon 25 Euro die Tonne, vielleicht können Sie sich an den Streit erinnern, der Koalition, man war 25, 40 Euro, 50 Euro, man war 5 Euro die Tonne. Man hat sich dann auf den Fahrplan geeinigt, 2,21, 25 Euro die Tonne. Und ich habe es Ihnen umgerechnet, äquivalent in 10 Cent pro Kilowattstunde netto im Gaspreis. Das ist einfacher. Wenn Sie sich jetzt vergegenwärtigen, die Preisbremse Gas liegt bei 12 Cent brutto, mit 7 Prozent Mehrwertsteuer. Also Sie zahlen im Moment schon in 2023 0,637 Cent, sind davon schon CO2-Zertifikate aus dem Zertifikatehandel. Also das muss man wissen, in Deutschland gab es schon ein nationales System und das soll hochlaufen, laut Gesetz bis 2030 zwischen 55 und 60 Euro die Tonne, also 1 Cent, wenn man wie gesagt von der Preisbremse mit 12 Cent ausgeht, 1 Cent ist heute schon, also ein Zwölftel ist heute schon vorgesehen für diese CO2-Steuer. Dieses Gesetz soll dann durch den europäischen Emissionshandel abgelöst werden und natürlich die Reduktion auf 2050 soll dann erfolgt sein. Aber wichtig ist ja immer, was kommt hinten raus? Also was kostet das Ganze? Da bin ich im Spiegel sehr dankbar. Der hat nämlich einen schönen Artikel drin gehabt und hat gesagt, wenn man davon ausgeht, dass das nationale Gesetz läuft ja dann 2026 zu Ende, dann werden Sie in Ihren Rechnungen den 1 Cent ungefähr drin haben und dann wird es durch den EU-Deckel abgelöst. Nämlich 2027 bis 2029 soll, wenn der Preis an der Börse, der ist auch gehandelt, über 45 Euro sollen Maßnahmen ergriffen werden, um auf 45 Euro die Tonne zu deckeln. Also sogar unter dem, was die Republik, die Bundesrepublik machen wollte, nämlich dann auf 45, also etwas unter dem Deckel, den die Deutschen eigentlich festgesetzt hatten. So ist das Ziel. Und Sie sehen an der Grafik, hier habe ich Ihnen mal den jetzigen CO2-Zertifikatehandel. Da war der höchste Wert, war um die 100 Euro die Tonne. Und dann sagt man, ab 2030 gibt es verschiedene Szenarien, nämlich der jetzige Preis, CO2-Zertifikate stellt sich an mit 100 Euro. Dann wären schon 1,8 Cent, also 100 Euro die Tonne 1,8 Cent, die in Ihrem Preis drin stecken würden. Aber man sagt, um eigentlich die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, müsste der Preis für CO2 2030 eigentlich schon 200 Euro die Tonne sein. Und 2040 müsste er eigentlich schon 300 Euro die Tonne sein. Und dann sehen Sie, dann macht der Anteil CO2, und den habe ich Ihnen, wie gesagt, mal oben auf den Nettopreis von 11 Cent gerechnet, dann wären schon 50 Prozent, bei 300 Euro die Tonne des Gaspreises, wären schon nur CO2-Preis, die dort drin sind. Also Aufschlag 50 Prozent, also 150 Prozent, ein Drittel wäre nur CO2-Preis in dem Gaspreis drin. Das ist die Steuerungswirkung, die der Gesetzgeber oder die EU hier vereinbart hat. Wie sich die CO2-Preise entwickeln, wenn sie sich verknappen, oder wenn Industrie dann rausgeht und man auch nochmal verknappt, das weiß man nicht. Also heute ist zum Beispiel der CO2-Preis stark gesunken. Also diese Chart, also die letzten drei Tage hätte ich die Charts dreimal anpassen können, aufgrund der Börsenentwicklung. Aber er liegt schon jetzt unter 80 Euro die Tonne. Also das ist halt Börsenpreis, Angebot und Nachfrage. Da gibt es ganz viele Szenarien. Wird der Preis tatsächlich auf der Größenordnung eintreten? Also wenn, sagen wir mal, alle umgestellt haben, nur noch 10% sind am Gas dran, dann ist der CO2-Preis natürlich sehr niedrig. Dann wird das da nicht ein... Wenn alle drinbleiben, bleibt er sehr teuer. Angebot und Nachfrage, das Grundprinzip. Aber mir ist wichtig, einfach weil ja die Diskussion durcheinander geht, so nach dem Motto, es wird super teuer, jedenfalls bis 2030 schon, wenn die EU die Zertifikate handelt. Auch wenn das deutsche Gesetz weitergelaufen wäre, wäre es genauso gekommen. Und ein Teil davon steckt heute schon in ihrem Preis drin. Also bis 2030, sage ich, ist das überschaubar. Das, was Sie heute schon haben, ist ungefähr auch durch den EU-weiten CO2-Zertifikatehandel abgedeckt. Das zur Grundlage der weiteren Diskussion. Also behalten Sie die Zahl ungefähr im Kopf. So, dann käme ich jetzt von den sozusagen Klimaschutzzielen, die EU und die Bundesrepublik gemeinsam haben mit einem bisschen anderen Fahrplan und mit aber mittlerweile dann angegleichten harmonischen Instrumenten EU-weit käme ich dann auf den Strommarkt. Und hier ist ja auch wichtig, das EEG ist eine Erfolgsgeschichte. Wir haben mittlerweile 45% Anteil im deutschen Binnenmarkt, die über erneuerbare Energien insgesamt erzeugt werden. Und hier auch nochmal, damit wir nachher, was die Einheiten angeht, also in Milliarden Kilowattstunden ungefähr 575 Milliarden Kilowattstunden. Ich habe es unten auch mal mit Ionen dann auf, wie viele Nullen dann hinten dran sind. Also merken Sie sich das einfach 575, weil ich komme gleich nachher auf den Gasmarkt, wenn man das alles umswitcht, wie viel Zunahme sozusagen im Strommarkt sein müsste, wenn man die komplette Transformation aus dem Wärmemarkt, Sektorenkopplung auf dem Strommarkt im Prinzip macht, welche Erzeugungskapazitäten einfach zugebaut werden müssen. Weil es ist ja im Prinzip eine Transformation, deswegen ist das Ganze ja auch so schwierig zu rechnen. Die installierten Erzeugungsleistungen in Deutschland, also das, was ein Kraftwerk sozusagen hat, die sind natürlich auch hochgegangen insgesamt. Also wir sind 2020, wenn Sie da sehen, was die installierte Leistung angeht, haben wir ungefähr 117 Gigawatt installierte Leistungen in Deutschland, Kerner G22 Prozent, konventionelle, also Braunkohle, Steinkohle 83 davon, erneuerbare 11. Und jetzt könnte man ja sagen, super, die installierte Leistung der erneuerbaren Energien reicht ja aus, um den Bedarf zu jedem Zeit zu decken. Ja, theoretisch an installierter Leistung ist das richtig, aber natürlich faktisch nicht, weil ja Sonne nicht immer scheint, der Wind weht nicht immer und dann müssen im Moment noch konventionelle Kraftwerke müssen reingehen und natürlich wird das Ganze verschärft durch den Ausstiegsfahrt, ich habe jetzt hier nur die Braunkohle, für die Steinkohle gilt genau dasselbe, eine Ausstiegsfahrt einfach mal aufgesoomt und Sie sehen, diese Kraftwerkskapazitäten gehen raus. Ich habe noch schön gelernt, die Frau Pritz hat ja eben gesagt, ich habe Energietechnik studiert, ich habe noch schön gelernt, die Grundlast sozusagen, was immer gebraucht wird, machen die Atomkraftwerke, die Mittellast machen die Steinkohlekraftwerke und die Braunkohle und mittlerweile Gas macht die Spitzenlast und das ganz spitzen, das machen die Norweger und die Schweizer für uns, nämlich dann, wenn es teuer wird, haben die die Wasserkraftwerke angesetzt. Das war früher so die Lehre, die man hatte und mit Rausnahme der Atomkraftwerke haben die Braun- und Steinkohlekraftwerke die Grundlast übernommen und man hat zunehmend Gaskraftwerke eingesetzt. Deswegen war ja auch die, sozusagen ganz viele Stadtwerke haben Gaskraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplung, zum Beispiel die Gamo-Anlage hier in der Römerbrücke ist eine Gasturbinenanlage, die wurde gebaut, um diese Spitzen, also Fernwärme, Mittellast und Spitzenlast abzudecken. Das war ganz klar politisch getrieben. Man will Kraftwerke, konventionelle aus der Kohle durch Gas ersetzen und hat Investitionen angetrieben und Energieversorger dazu halt animiert hier Gaskraftwerke zu bauen, um hier eine Verlässlichkeit zu machen. Weil Sie sehen, die höchste Residuallast, also dann, wenn Sonne nicht scheint, wenn Wind nicht weht, die bestimmt den Kraftwerkstag, den ich brauche, aus konventionellen Kraftwerken, die irgendetwas verbrennen. Ich sage bewusst irgendetwas verbrennen, weil wir kommen ja zu dem Thema Wasserstoffstrategie noch. Also ich brauche irgendwo ein Medium, was gespeichert werden kann, was ich entweder verbrenne oder mit einem großen Pumpspeicherkraftwerk irgendwie dann gucke, dass die Leistung zur Verfügung gestellt wird, weil wenn Sie die Leistung nicht zur Verfügung gestellt bekommen, Sie alle haben mal wahrscheinlich 50 Hertz genommen, Hertz, also die Frequenz, die Spannung, wie ein Netz aufrechterhalten wird, wenn Sie die unterschreiten, unterschreiten, bricht das Netz zusammen. Also kann der Betreiber nichts machen, weil Sie in dem Moment, wo Sie Energie verbrauchen, muss sie erzeugt werden. Sie können sie nicht speichern. Elektrische Energie ist nicht speicherbar. Sie muss zeitgleich verbraucht werden. Und darauf muss der Kraftwerkspark, egal wie er geartet ist, muss ausgelegt werden, damit Sie diese höchste Residuallast auch abdecken können. Ansonsten bricht Ihnen das komplette Stromsystem sofort zusammen. Nur das mal zu vergegenwärtigen und Sie sehen jetzt mal, so Stundenwerte habe ich aus der Zeitung für Kommunalwirtschaft, wie so eine PV-Anlage, klar, zu den Hauptstunden mittags wird das halt erzeugt. Und Wind ist sehr volatil, 8.4. bis 8.5. Habe ich Ihnen mal aufgezeigt. Sie sehen, das haben Sie dann hier sehr schön, wenn der Wind weht, haben Sie halt hohe Einspeisewerte und ansonsten kann das auch mal stark nach unten gehen. Die Entwicklung der Anteile an erneuerbaren Energien war bis 2020 getrieben auf die 46%, die ich Ihnen eben gesagt habe, aus dem Strom, aus Wärme und Verkehr liegen die Werte wesentlich weniger. Aber der wesentliche Punkt ist, wie muss es weitergehen? Weitergehen muss, und Sie sehen, der Ausbaupfad war ja bis 2020 bei über 47% Ausbaufad. Wenn wir bis 2045 klimaneutral werden wollen, muss die Kurve oder hier die Steigung muss exorbitant sein, um diese Ziele zu erreichen. Das ist das, was Sie ja auch immer in der Presse hören, was der Robert Habeck ja auch sagt. Wir müssen hier zulegen, Investitionen nach oben treiben, um dieses Ziel insgesamt zu erreichen. Ansonsten wird das nicht funktionieren mit dieser Sektorenkopplung der Dekarbonisierung des Systems. Was auch hochgebracht werden muss, ist natürlich die installierte Leistung an erneuerbaren Energien, um hier natürlich auch eine breitere Basis zu haben, um diese Residuallast, die ich eben angesprochen habe, natürlich nach unten zu drücken, so gering wie möglich zu machen, muss natürlich auch diversifiziert werden, also sowohl von Bayern als bis an die Nordsee. Die Trassen müssen gebaut werden, damit diese Leistung auch transportiert werden kann. Ja, da käme ich tatsächlich auch schon zum Stromtransport, wie ist so ein deutsches Energienetz aufgebaut, aber nicht nur ein deutsches, auch europaweit. Also Sie werden versorgt in der Niedermittelspannung, Höchstspannung nicht, also Sie werden in der Niederspannung versorgt, die Industrie in der Mittelspannung, und das machen für Sie hier die örtlichen Versorger, die Stadtwerke und die Energis, und die VSE und die Pfalzwerke, je nachdem aus welchem Gebiet vom Saarland sie kommen, bei preußischer Grenze, macht das entweder die VSE, macht die Hochspannung, so die Höchstspannungsebene oder die Pfalzwerke machen diese Übertragung. Und Sie sehen auch sehr schön, ist Deutschland ein Importeur oder ein Exporteur? Das sieht man sehr schön. Wir importieren sowohl, als auch wir exportieren, je nachdem, wenn bei den Franzosen die Atomkraftwerke halt nicht funktionieren. Das ist meistens im Sommer, wenn an den Flüssen halt keine Energie ist, dann haben wir tatsächlich aus dem erneuerbaren Überschuss, den wir tatsächlich nach Frankreich exportieren. Früher war es eigentlich umgekehrt. Die Franzosen haben über Atomkraftwerk vor allen Dingen bei uns exportiert. Das ist jetzt im Saldo, ist das etwas anders. Wir exportieren mehr, als wir importieren. Und ich habe es eben schon angesprochen, das System ist aufgebaut, früher Erzeugung, Übertragung zu Ihnen. Und um diese Energiewende zu schaffen, müssen wir umgekehrt werden. Das heißt, wir müssen vor Ort lokal produzieren. Aber ich glaube, das hat Willi Leonard als Geschäftsführer oder Vorstand der Stadtwerke Saarbrücken schon früher gesagt. Und deswegen ist es auch das Römerkraftwerk gebaut worden. Okay, jetzt kommt halt dazu, dass jeder eine PV-Balkonanlage will und das System insgesamt auf den Kopf gestellt wird. Aber das System auf den Kopf stellen heißt auch, dass man ein Smart Meter, also ein intelligentes Messsystem, muss man einbauen. Man muss Speicher einbauen, man muss intelligente Steuerungen aufbauen, Smart Grid muss man aufbauen. Man muss eine Automatisierung insgesamt hinbekommen und das Thema Sektorenkopplung hier ernst nehmen. Also meine Kolleginnen und Kollegen im Stromnetz sind immer damit beschäftigt, das nennt man das sogenannte Redispatch, die aus dem Kraftwerksbereich kommen. Die wissen, Dispatcher war derjenige, der gesteuert hat, welche Energie muss, welche Lastflüsse an welchen Punkten haben, also über welches Umspannwerk kommt die Energie an. Und Redispatch heißt eigentlich nichts anderes, dass man jetzt guckt, dass man selbst die letzte Photovoltaikanlage steuern muss, abschalten muss, um das System im Gleichgewicht zu haben. Sie merken schon, da muss viel Geld investiert werden. Also weil ich ein System komplett umstelle auf dezentral und das heißt eine wesentlich höhere Steuerbarkeit des Gesamtsystems muss gewährleistet werden. Kommen wir zum Thema Strompreisbildung. Sie alle haben das Thema Gasmangellage und zur Lastunterdeckung, der Kanzler hat irgendwann ein Machtwort gesprochen, hat gesagt, die Atomkraftwerke laufen weiter, auch um das ganze System, das nervöse System insgesamt zu stabilisieren. und ich habe es ja eben schon angesprochen, in Frankreich die Kühlung der Atomkraftwerke. Wir haben dann vor Ostern, hat Macron nur ungefähr gesagt, es könnte sein, dass die Atomkraftwerke, und sie haben sofort einen Sprung an der Strompreisbörse gesehen, weil das so volatil ist, weil die dann ja importieren müssten. Und ich erkläre jetzt mal, das System Merit Order, war ja auch ein Thema letztes Jahr, warum ist denn so teuer das Ganze, ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ein Dorf irgendwo, also das hier ist jetzt, das ist der Gallia, also das passt irgendwie zum Saarland, finde ich immer. Ein Dorf verbraucht eine Anzahl von Kartoffeln. Und diese Kartoffeln werden erzeugt, weil sonst um das Dorf nur die drei Bauern sind, und ansonsten die nächste Erzeuger ist ganz weit weg, der würde nicht kommen, wird von einem Bauern erzeugt, und der erzeugt seine Kartoffeln, weil das hochmodern ist und professionell, seinen Anteil für einen Sack Gold. Der andere Bauer, ein bisschen schlechter gelegen, muss ein bisschen mehr arbeiten, der braucht auch für die Versorgung von einem Drittel des Dorfes, der hat aber Erzeugungskosten von zwei Sack Gold. Und der dritte Bauer, weil er einfach das von Hand macht, keine Maschinen hat und relativ schlecht liegt, der braucht für ein Drittel des Ganzen, braucht er drei Sack Gold. Jetzt gehen die alle auf den Markt mit ihren Säcken und natürlich verlangen alle drei Sack Gold für das Ganze. Jetzt sagen Sie, warum? Dann kann doch der eine für einen verkaufen. Ja, dann verkauft aber der andere, wenn wegen meiner nicht ganz so viel hungrige Mäuler zu stopfen sind, verkauft halt nichts mehr, weil er zu teuer ist, dann geht der pleite und wenn im nächsten Jahr wieder ganz viele Kinder da sind, die was essen wollen, dann verhungern die Kinder. Das ist das Grundprinzip des Merit-Order-Prinzips, das teuerste Kraftwerk bestimmt und das setzt den Preis für alle anderen. Eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Im Prinzip haben Sie übrigens in allen betriebswirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Vorlesungen ist das im Prinzip immer dasselbe, gilt für die Kraftwerke und das war ja dann die Diskussion, EU-weit setzt man das Merit-Order-Prinzip aus. Wenn Sie es aussetzen, sagt irgendwann der Kraftwerksbetreiber, das Braunkohlekraftwerk, mache ich nicht mehr mit. Das ist das Hauptprinzip. Wir haben den Strommarkt, die Erzeugung liberalisiert in den 90er Jahren. Das war Bangemann, kann mich noch daran erinnern, habe ich gerade bei den Stadtwerken geredet. Man hat es aus der staatlichen Kontrolle rausgegeben und wenn man aus der staatlichen Kontrolle etwas rausgibt, muss man ein anderes Prinzip kontrollieren. Das ist halt Merit-Order-Prinzip und das des freien Waren- und Wirtschaftsverkehrs. Dann sehen Sie sehr schön in der Entwicklung der Preise 24.2. Überfall auf die Ukraine, aber Sie sehen schon vorher, sind die Preise stark angestiegen. Früher war so ein Preis so um die 50 Euro pro Megawattstunde. Das heißt also, wir haben eingekauft, so um die 50 Euro. Wir haben uns geärgert, wenn es mal 1 Euro teurer oder billiger waren, dann sind wir in die Aufsichtsräte. Jetzt haben wir zwei Tranchen für 2 Euro mehr gekauft. Aber das war nicht so dramatisch an der Stelle. Und schon weit vorne dran, Ende 2022, aufgrund auch der CO2-Zertifikate, die gehandelt wurden, der Verknappung des Ganzen, dass klar war, die Politik ändert sich, die Dekarbonisierung, also die Sektorenkopplung, hat das ganze System schon angefangen, nach oben zu ziehen. Und wir haben dann bei manchen Industriekunden, die hier kaufen wollten, die sind richtig erschrocken, weil wir einen doppelten Preis verlangt haben, haben die Börsenpreise gezeigt. Also das war schon vor der Ukraine, war klar, Energie wird teurer, weil es ein knapperes Gut ist, weil es ja auf viel mehr Sektoren übertragen werden muss. Und natürlich mit dem Überfall auf die Ukraine hat es diese Höhen, schwindelerregenden Höhen insgesamt gemacht. Und wenn Sie heute hören, Energie wird nie mehr so günstig wie vorher, mindestens das Doppelte, ja, ich habe ja gesagt, früher war der Preis an der Börse ungefähr 50 Euro die Megawattstunde, also in Ihrem Preis, in Ihr Zuhause steckte 5 Cent ungefähr Bezugskosten drin, an der Börse. Jetzt sehen wir, selbst im langfristigen Mittel, 24 ist noch geprägt von dem Thema, könnte es wieder kalt werden und eng, aber Sie sehen auch, die Folgemonate liegen um die, also ich könnte jetzt hier 27, 28, 29 aufzeigen, immer um die 100 Euro, um die 10 Cent in der Größenordnung rum, also doppelt so viel, wie wir früher für Energie die letzten 20 Jahre bezahlt haben. Daran wird sich auch nichts mehr ändern, dann sind sich alle Wirtschaftsweisen einig und was die Entwicklung angeht, aufgrund auch der Kapazitäten, die wir haben, teile ich diese Meinung. CO2-Preis habe ich eben schon mal kurz gesagt, genau dasselbe. Sie sehen Einfluss des CO2-Preises bis 2019 ungefähr 28 Euro die Tonne, auch hier durch die Klimapolitik, die natürlich mit der Verknappung, mit der bewussten Verknappung der CO2-Zertifikate auch einen rasanten Anstieg und wenn Sie jetzt die Strompreiskurve drauflegen, sehen Sie, ist fast deckungsgleich, weil natürlich der größte Anteil nach und nach der CO2-Preis im Strompreis sein wird, neben natürlich den eingesetzten Stoffen, wobei die Sonne schickt uns keine Rechnung, EEG-Strom ist kostenlos, also wird ja eingeschweißt insgesamt. Es wird tatsächlich von den Restmengen dann halt getrieben und natürlich dem CO2-Preis. So, jetzt hören wir ja relativ viel über den sogenannten Tagespreis und ich habe Ihnen jetzt einfach mal die Relation mitgebracht zwischen dem Tagespreis, sehen Sie, relativ hoch hier, da war der Wind niedrig. Auch das ist, wenn ich über 40% erneuerbare Energie in einem Preisbildungsmechanismus habe, ist natürlich klar, wenn einer der wichtigsten Träger, nämlich die Windstrom hier wegfällt, dann geht der Börsenpreis, der Tagesbörsenpreis geht natürlich sprunghaft nach oben. Angebot und Nachfrage. Ja, Strompreise, ich habe Ihnen mal den Chart vor der BDEW mitgebracht, des Bundesverbandes der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft und da sehen Sie, früher hat ein normaler Haushalt, das ist ein 3.500 Kilowattstunden, hat früher so um die 28 Cent rumbezahlt, 30, wie gesagt, im statistischen Mittel über die gesamte Bundesrepublik, ist dann im ersten Halbjahr 2022 schon angestiegen, das war, ich habe Ihnen ja eben gesagt, 2021 sind die Preise schon nach oben gegangen, ist dann im zweiten Halbjahr auf über 40 Cent gestiegen und liegt jetzt aktuell ungefähr bei 46, 47 Cent die Kilowattstunde insgesamt über die Bundesrepublik durch Deutschland rüber. Es gibt Abweichungen, es gibt welche, die leicht drunter liegen, es gibt aber auch welche, die weit drüber liegen, also wir haben in der Spitze zum 1.1. des Jahres ja Preise, Endkundenpreise von über 60, 70, ich glaube der teuerste war bei einem Euro die Kilowattstunde, die aufgerufen wurden in der Grundversorgung, also wie gesagt, das ist das Mittel. Aber deswegen sage ich immer bei jedem Vortrag, wir werden nie wieder unter 30 Cent auf der langen Achse nach vorne. Zeitlich kann das sein, wenn man auf Spotmarktniveau im Prinzip das Risiko eingeht, wenn man dort beschafft, kann das sein, aber wenn Sie auf Terminmarkt gehen, in die langfristige Vorausschau haben wir im Prinzip ein Niveau, das wir so nicht mehr erreichen werden. Kommen wir aber beim Gas noch eklatanter drauf. Ja, Entwicklung der Energiepreise für Haushalt, ich habe Ihnen mal eine Chart mitgebracht, 2,15, 100 Prozent, Sie sehen, es war davor auch schon mal etwas teurer, Heizöl jetzt hier, im Gas sehen Sie ja immer Strom, sehen Sie eine Glättung, eine leichte Steigerung drin, Öl ist ja sehr stark abhängig von dem Thema, wie sieht die Weltwirtschaft aus, wo ist jetzt gerade ein Krieg und wie sind die Förderquoten insgesamt, aber Sie sehen einhellig die Entwicklung ab 2020, gehen alle Preise signifikant nach oben im Verhältnis, wie gesagt 100 und das ist das, was wir auch gesehen haben, die 250 Prozent, also die 150 Prozentpunkte Steigerung, die wir alle sowohl bei den Endpreisen gesehen haben, aber auch bei den Verbraucherpreisen wirkt sich ja diese komplette Energie aus. Ja, was hat die Bundesregierung für Entlastungspakete gemacht, ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, Dezemberabschlag, Gaspreisdeckel, Sozialhilfe, etc., etc., Strompreisbemben, Heizkostenzuschuss, also es wurde wirklich geackert und ich glaube, fast jeder hat die Zeitung aufgeschlagen, welche Entlastungspakete kommen denn insgesamt von der Bundesregierung. Strompreisbremse, das habe ich jetzt mal auf die KEW, bei uns macht das, bei einem normalen Tarif macht das zwei Prozent aus, also wir liegen fast auf den Preisbremsen an der Stelle, das ist bei den Gemeindewerken Kirkel genauso, bei anderen ist die Entlastung etwas höher. Ich habe dann mal kurz gefragt, gibt es nicht ein Gesetz, dass das eine Bagatellgrenze ist, dass ich die Kunden nicht anschreiben muss, nein, wir mussten auch für eine Abschlagssenkung von sechs Cent haben, wenn Kunden angeschrieben, also Sie können sich vorstellen, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die die Briefe rausgeschrieben haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Anrufe gehabt haben, Bearbeitungsstau ohne Ende und dann kam auch noch der Rest Corona dazu, also die waren alle, durch alle Maßnahmen der Bundesregierung, waren alle Stadtwerke, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoch beschäftigt, haben Sie bitte Verständnis dafür, wir haben ja nicht plötzlich mehr Personal, nur weil wir mehr Aufwand haben und E-Mail dauert dann halt vielleicht mal acht Wochen anstatt früher acht Tage, einfach nur ein kurzes Verständnis für alle Kolleginnen und Kollegen an der Stelle. Ja, das wäre das komplette Thema Strom, also Preisbildung, Strommarkttransport, Umänderung des Designs, Sektorenkopplung, das kommt alles auf uns zu, also uns alle, weil wenn Sie in der Straße wohnen und alle wollen elektrisch tanken und das Leitungsnetz gibt das nicht her, dann kommt eine Baustelle und wir baggern halt die komplette Straße auf und verlegen neue Leitungen, auch das wird passieren. Also wir werden alle noch die Energiewende auch tatsächlich vor Ort und vor der eigenen Haustür erleben. Erdgasmarkt. Auch nochmal hier die Gasflüsse ist ja auch immer interessant, wo sind die kompletten, also Jamal, Progress, das sind die Hauptleitungen, die aus Russland zu uns kamen, aber vor allem Dingen, was jetzt für uns relevant ist, das sind die kompletten Trollfelder um Norwegen rum, aber auch hier in Holland sind signifikante Förderstätten insgesamt zu sehen. Die kleinen Kästchen hier, das sind die LNG-Stationen und Sie sehen LNG im Süden Europas oder im Südwesten Europas war nichts Ungewöhnliches, nur Deutschland hatte aufgrund von Nord Stream und den kompletten Leitungen keine einzelnen LNG, brauchten wir auch nicht und im deutschen Wattenmeer, sag mal so ein LNG-Terminal hinzustellen, also schön ist das, das ist tatsächlich so. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass man gesagt hat, Gasleitungen sind toll, aber LNGs müssen jetzt halt sein, ansonsten bringen wir nämlich unsere Versorgung nicht zustande. Und das deutsche Gasnetz, sehen Sie auch, Stadt- und Gemeindewerken machen Niederdruck und Mitteldruck, die Transportleitungen hier in der Region macht die Kreos über das Haupttransportnetz. So und auch hier hat man eine saisonale Schwankung, ist ja logisch, ich verbrauche in einem Winter halt etwas mehr als in einem Sommer und jetzt habe ich Ihnen das erste Mal eine Vergleichszahl hingeschrieben, Nämlich im Jahr 2022 hatten wir 882 Milliarden Kilowattstunden Gas, der verbraucht wurde und Strom 575 Milliarden. Also man braucht die Kilowattstunden nicht 1 zu 1 rumzurechnen, also so eine Wärmepumpe hat einen Effizienzwert, komme ich aber nach später drauf, von 1 zu 3. Das heißt also, Sie müssen die, sagen wir mal, 900 Milliarden müssen Sie auf durch 3 teilen, haben Sie 300, aber Sie müssen 300 Milliarden Minimum auf den Strom draufsatteln, um tatsächlich den kompletten Transformationspfad abzudecken, deswegen der Ehrgeiz ihrer Ausbau der Neuerbaren, um diesen Transformationspfad zu erreichen. Sie sehen auch, der Winter war gnädig mit uns, weil wenn wir so einen Winter wie 2021 gehabt hätten, hätten die Speicher und unsere Sparbemühungen nicht ganz ausgereicht und wir wären vielleicht in eine Gasmangellage reingeraten, wenn wir nicht noch Verbraucher abgeschaltet hätten. Das Jahr 2021 war ein normales Gasjahr oder normal kalter Winter mit 3.600 Grad-Tagszahlen, früher hatten wir teilweise Winter mit 4.000 Grad-Tagszahlen, die sehen wir nicht mehr, also auch dort sieht man den Klimawandel allein, was das Thema Heizenergie angeht, also früher hatte man wirklich 4.000, 3.800, 3.600, jetzt sind 3.600 kommen vor, das klassisch normal Nullabweichung und sie liegen so beim normalen deutschen Winter bei 3.450 Grad-Tagszahlen, die 882 Milliarden, das war 3.200 Grad-Tagszahlen, also es war einer der mildesten Winter der letzten 20 Jahre, den ich gesehen habe insgesamt, also das hat uns geholfen, plus die Einsparungen, die die Deutschen insgesamt hingelegt haben. Ja und hier sieht man auch nochmal ganz kurz die Gasflüsse aus Russland, das ist das Rote, hier war die geplante Nord Stream Revision, hat niemand gedacht, selbst im Kalten Krieg haben die Russen geliefert, also niemand hätte gedacht, dass die den Gashahn nicht mehr aufdrehen, okay, sie haben ihn ja wieder aufgedreht, um ein paar Tage später dann zu sagen, ihr seid böse zu uns, jetzt drehen wir wieder runter und dann ungefähr so im August haben sie gesagt, so jetzt ist Schluss, Anschlag auf die Gasleitung, seitdem fließt kein Gas mehr, also ich glaube, was die Verlässlichkeit angeht und die Älteren unter uns wissen das ja, wie gesagt, kaltes Krieg, kalter Krieg, Energie wurde immer geliefert, es ist jetzt Schluss, es gibt keine Energie mehr aus Russland und man sieht sehr schön, die Niederlande, die Norweger und mittlerweile die LNG-Terminals nehmen insgesamt zu und bei den Niederländern muss man ein ganz dickes, fettes Lob aussprechen, wenn man gaswirtschaftlich denkt, die Niederländer haben nämlich ein Riesenfeld unter Groningen, im Prinzip, das ist die norddeutsche Tiefebene, die haben dort Erdbeben und haben aber gesagt, okay, das war eigentlich beschlossen, dass sie aufhören mit der Förderung, haben sie nicht gemacht, man sagt, wir sind solidarisch, wir fördern weiter und deswegen die politische Diskussion auch, Sie können auch unter Niedersachsen das gleiche Gas fördern wie unter Groningen, ist die norddeutsche Tiefebene, deswegen ist ja immer die Diskussion, was machen wir selber, um das Ganze zu machen und was muten wir sozusagen links und rechts insgesamt zu. Das ist aber eine andere Diskussion, hier sind ja nur die Hintergründe, aber nur, ich sage dickes Lob an die Holländer, dass sie sich dafür entschieden haben, auch die Norweger, um diese Solidarität, die wir erfahren haben im Rahmen des Ukraine-Kriegs, was die Gasversorgung, die Stabilität, auch komplett Zentraleuropas und vor allen Dingen der Bundesrepublik, weil wir waren die Abhängigsten, alle anderen hatten LNG-Terminals, wir wären abgesoffen oder wir hätten kein Gas mehr gehabt, wenn das alles im Horror-Szenario so eingetreten wäre. Auch hier nochmal die gleiche, einfach der Anteil der Niederlande geht hoch und hier die LNG-Förderung geht insgesamt hoch und auch die Anstrengungen, Sie sehen hier die vier Terminals, die teilweise schon in Betrieb sind, woher kommen die Schiffe vor allen Dingen aus den USA, ist im Moment der Hauptimporteur von LNG nach Europa und nach Deutschland und man sieht ja auch sehr schön das Hochlaufen der Schiffe und deswegen haben wir im Moment ja auch nicht diese Gefahr, dass wir eine Gasmangellage erreichen. Wenn alle am Ende, Ende 2023 hier in Betrieb sind, die in Betrieb nehmen sollen, hätten wir eine LNG-Lieferung von 350 bis 400 Milliarden von den 882 und wer eben aufgepasst hat, Russland hat ungefähr diesen Anteil gehabt. Also wir haben dann durch LNG-Tanker komplett russisches Gas ersetzt. Noch nicht niederländisches oder sonst was, also dafür müssen wir noch ein paar Anstrengungen insgesamt übernehmen. Speicherkapazitäten. Wir sind sehr gut durch den Winter gekommen, die kompletten Speicher, Gesetze, die ja auch relativ schnell vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima gemacht wurden, sind alle erreicht worden. Riesenanstrengungen mit Verstaatlichungen des größten Speichers insgesamt. Und Sie sehen auch, die deutschen Garspeicher haben allein 250 Milliarden Kilowattstunden Fassungsvermögen von den 882, sagen wir, von den 1.000, die ich eben gesagt habe. Also ein Viertel können wir einspeichern, langt natürlich nicht einen kompletten Winter, weil im Winter wird ja mehr verbraucht als im Sommer. Und das war nämlich genau das Problem des Herrn hier oben links vom Robert Habeck, der gesagt hat, wie sichere ich die Energieversorgung in Deutschland mit Nullfallplänen und glauben Sie mir, bei allen Stadtwerken waren Krisenstäbe zugange, wen schalten wir ab, wo drehen wir Gas zu, welche Gasstationen können noch versorgt werden, also Innenstädte, Krankenhäuser, alles klar und welche Wohngebiete kann man notfalls komplett abregeln. Also es waren überall Pläne da und auch das Bundesministerium oder die Bundesnetzagentur hat sich auf diese Gasmangellage vorbereitet. Wir haben immer noch die Notfallstufe ausgerufen, das Ministerium nimmt sie auch nicht zurück, weil wir sind noch nicht durch. Man geht davon aus, dass wenn die LNG-Terminals alle fertig sind, dass man dann im Laufe des nächsten Jahres darüber nachdenken kann, diese Notfallstufe tatsächlich zurückzunehmen. Wir sind immer noch was Gas in der Notfallstufe, in einer sozusagen Voralarmstufe insgesamt. Das kennen Sie auch, das schöne Kurzfrist-Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung, die Ihnen gesagt, Sie lachen, ich musste das genau Ihnen schreiben, habe ich das reingeschrieben. Also die Kunden haben dann angerufen, Sie es erklären lassen und das ist einfach das Gesetz. Also Sie haben einfach auf 19 Grad runtergedreht, dadurch haben Sie noch mal 10 Prozent insgesamt gespart und wie gesagt, deswegen sind wir durch. Aber ich finde dieses Wort einfach, das ist deutsche Bürokratie. Das ist super. Das ist das, was ich gesagt habe, wenn es sehr kalt geworden wäre, wären wir eventuell in eine Gasmangellage reingelaufen und auch die aktuelle Füllstände der zukünftigen, so sieht man auch, selbst wenn wir die Speicherstände, das werden wir erreichen, wir werden die 100 Prozent im September erreichen aufgrund des, aber wenn wir einen sehr kalten Winter bekommen sollten, kann es sein, dass wir hier eine Unterdeckung im Dezember, Januar und Februar reichen, wenn die kalten Temperaturen eintreten. Also wir können wieder nur hoffen, also sowohl für den Geldbeutel als auch natürlich für die Versorgungslage, dass der Winter ab Dezember nicht ein sozusagen sehr frostiger Winter insgesamt wird, sondern wir normal durch den Winter durchkommen. Ansonsten werden wir noch mal darüber diskutieren und natürlich, wenn eine Gasmangellage eintritt, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, Angebot und Nachfrage, werden die Sportmarktpreise natürlich dementsprechend nach oben schießen, wenn der Strom, wenn der Gaspreis hoch schießt, schießt Married Order Prinzip, haben wir jetzt alle gelernt nochmal, was das bedeutet, schießt nochmal der Strompreis insgesamt nach oben. Ganz einfaches Prinzip, also die Aussage des BMWK, Entschuldigung, des Bundesministeriums für Klima und Wirtschaft ist, die Gasmangellage ist nicht vorbei, die Klimakrise ist noch, also die, Entschuldigung, die Gaskrise ist noch nicht vorbei, wir müssen alle noch viele anstrengende unternehmen, um über den nächsten Winter gut rüber zu kommen. So, das Wasserstoffstrategie, ich habe ja eben gesagt, es gibt natürlich auch Pläne, um Wasserstoff hochzumachen, weil ich muss ja diese, diese Grundlastkraftwerke, die Residuallast, die sich ergibt, wenn ich komplett auf Erneuerbare umgestellt habe, auch irgendwie decken. Und dazu gibt es die nationale Strategie, Wasserstoff, NWS, und die sieht vor, bis 2030, 10 Gigawatt Elektrolysekapazität in Deutschland zu schaffen. Das schöne Bild nebendran, Wasserstoff in Deutschland, war ich der Saarbrücker Zeitung gestern sehr dankbar, dass sie es reingemacht hat, weil das habe ich gesucht und nicht gefunden, aber die haben es. Und zwar bis 2045 geht man davon aus, Hochlauf von 265 Milliarden Kilowattstunden, wir erinnern uns noch mal eben dran, wir haben rund 800 bis 1000 Milliarden Kilowattstunden Gas, die wir brauchen, damit man das immer in Relation sieht und wir haben 250 Milliarden Kilowattstunden Gasspeicherkapazitäten. Aber Sie sehen direkt, wenn Sie auf die Grafik schauen, für Strom und Fernwärme ist 152 Milliarden davon vorgesehen. Jetzt sagen Sie, warum nenne ich meine Gasheizung? Weil in den kompletten Studien der Wasserstoffstrategie man nicht davon ausgeht, dass Wasserstoff in die Verteilnetze, also in die einzelnen Häuser eingespeist werden, sondern Schwerpunkte im Prinzip haben. Also das Kraftwerk Römerbrück, heißt ja jetzt GAMO, Entschuldigung, das Gasmotorenanlage Römerbrücke, das mit Gas wird umgestellt auf Wasserstoff. Davon geht man aus, dass zentrale Erzeugung gemacht wird und nicht in jedes einzelne Haus insgesamt. Dafür gibt es dann die Studie Wärmepumpe der Agora, die als Grundlage für die Wärmepumpenstrategie der Bundesregierung als Grundlage gedient hat. Man geht einfach davon aus, dass im Gebäudebestand Wärmepumpen vorrangig sind, vereinzelte andere Heizungen, aber keine flächendeckende Wasserstoffversorgung in die heutigen Gasverteilnetze einströmen wird. Das ist mal die Grundlage. Also damit man einfach, wir sind ja Hintergründe und Grundlage der Energiepolitik, also der Wille des BMWK mit den Beratern ist, aber das seit fünf bis zehn Jahren ist das die Strategie, all denjenigen, die sich mit der Dekarbonisierung des Energiesystems beschäftigen, Wärmepumpen in Großeinsatz insgesamt hineinzubringen. Jetzt kommt ja das Argument, das geht in Deutschland nicht und dann wird dann immer gesagt, Dänemark ist ein Vorbild. Ja, in Dänemark haben sie aber auch eine fernere Versorgungsquote von über 60 Prozent. Das darf man auch nicht vergessen. Also es gibt ein schönes Modell, da hat ein Bürgermeister tatsächlich eine riesen Meerwasserwärmepumpe an die Nordsee gestellt und ein Nahwärmenetz insgesamt aufgebaut. Aber die Dänen haben auch schon viel früher angefangen als wir. Also das darf man auch nicht, die Norweger insgesamt. Und jetzt muss man die Dichte der Besiedlung in diesen Ländern sehen. Also in Norwegen ein Gasnetz aufzubauen, das funktioniert nicht. Viel zu lange Strecken. Also ist man gar nichts anderes übrig geblieben, als Stromnetze aufzubauen. Die brauchte man eh, weil ohne Elektrifizierung funktioniert, geht halt das Licht aus. Also es geht nicht. Und deswegen darf man das nicht miteinander vergleichen und auch nicht sagen, dass alte Bundesregierungen mit der Aufbau des Gassystems Blödsinn gemacht haben. Es war einfach gesellschaftlicher Konsens, dass zur Deckung der Wärmeenergie in Deutschland billiges russisches Gas verwandt wird. Also nur, damit man sagt, wo kommt der Konsens her und seit wann ist im Prinzip, sagen wir mal, die Diskussion, wie die Frau Pritzes ausgedrückt hat, des politischen Konsens jetzt nochmal in der Diskussion und wie macht man das Ganze. Gaspreisbildung, auch nochmal, schönes russisches, billiges Gas für 1,5 Cent, 1,7 Cent, 2 Cent, 1,8, 1,3 Cent. Das war das Jahr, wo wir Corona hatten und die Rezession war. Angebot und Nachfrage, war es niedrig. Dann ist es schon im Jahr 2021 für das Lieferjahr 2022 auf 3,4 und auch hier wieder schon Ende des Jahres, schon vor der Ukraine-Krise hat man Spitzen gesehen. Auch die könnte ich jetzt wieder, im Moment liegt heute lag er bei 46, 47, hier der lag bei 45, der lag bei 38. Also auch langfristig, die Preise, die Frontjahre geben etwas nach, die Folgejahre bleiben ungefähr auf 40 Euro die Megawattstunde oder 4 Cent auch wieder hier eine Verdopplung bis Verdreifachung, je nachdem, welchen Zeitpunkt man nimmt, des Gasbezugspreises, den man nimmt. Woher kommt das? Ganz einfach, wir sind jetzt bei LNG halt nicht in Lieferverträgen mit Russland, also bilaterale Beziehungen, man hängt es an irgendetwas, sondern wir sind im Markt mit LNG-Tankern. LNG-Tanker, die finden ihren Weg dorthin, wer am meisten bezahlt. Früher hat LNG abgenommen, vor allem in Japan und Korea und auch China vor allem in Dingen. Wir haben im Moment Glück, dass China die Konjunktur nicht richtig anspringt und deswegen die nicht so viele LNG-Tanker ordern und es gibt eine schöne Plattform, nämlich der Japan-Korea und da sehen Sie, dort wird gehandelt für rund 15 Dollar Million British Thermal Unit, ich habe es umgerechnet, also für ungefähr 47 Euro pro Megawattstunde wird im Moment LNG dort für Januar, Februar, März 2024 gehalten. Das ist ungefähr der Benchmark, also wenn ich wissen will, wie ungefähr der Preis, der langfristige Preis ist, gucke ich im Moment tatsächlich auf den LNG-Preis für den Frontmonat. Und Sie sehen jetzt, warum so viele Leute oder so viele Firmen sagen, wir lagern in die USA aus. Das ist der Preis am Henry Hub, das ist der Energiepunkt in den USA, 7,4 Euro pro Megawattstunde. So und wenn Sie Stahlhersteller sind und Gas brauchen, vorher 15 Euro bezahlt haben und in den USA zahlen Sie 7 Euro und die haben LNG-Vorkommen, das heißt, die Transportumwandlungskosten haben Sie nicht, dann überlegen Sie natürlich, ist wesentlich günstiger, gehen wir rüber und Strompreis folgt dem Gaspreis insgesamt. Ja, Gaspreise, nochmal Endkundenpreise, auch hier sehen Sie, früher die Gasheizung ungefähr 6 bis 7 Cent die Kilowattstunde, dann hat es eklatant zugenommen und im Moment auch wieder das gleiche, Einfamilienhaus, so der Schnitt liegt ungefähr bei 16 Cent die Kilowattstunde im Endenergieverbrauch. Auch nochmal hier, die habe ich eben schon gezeigt, die brauche ich nicht nochmal. Was bedeutet das? Auch hier wieder die KIW-Tarif, 4 Prozent spart der Kunde durch die Preisbremse, weil die Preise dort mit 12 zu 12,3, also wir liegen nicht bei den 16 Cent im Durchschnitt des BDEW-Vergleichs, sondern bei 12 Cent in der Größenordnung, Pi mal Daumen. Und das ist dann auch immer die Diskussion, wenn die anderen senken, ja die senken von 16 Cent auf 14 Cent oder auf 13 Cent, wenn man schon 12 Cent im Bauch hat, ist das relativ schwierig, dort noch danach zu geben in der Größenordnung. Aber das ist die Diskussion, die im Moment ja sozusagen auf uns zuwabbert. So, das war jetzt der Gasmarkt erklärt und die Transformation, wie gesagt, in der Dekarbonisierung von Gas auf Elektro mit der, wie gesagt, Problem, dass wir die Systeme dann halt komplett umwandeln müssen. Ich habe eine Frage über die sehr, sehr unterschiedliche Energiepreise in Japan und in USA eigentlich zu funktionieren. Nein. Nein. Das liegt daran, dass die USA klar gesagt haben, Fracking ist toll, die machen Schiefergas tatsächlich, das was bei uns auch diskutiert wird, die haben damit kein Problem, die pumpen Chemikalien rein, relativ wenige Umweltauflagen und sie sitzen auf genügend Vorkommnissen. Das war früher nicht der Fall. Also die hatten auch mal normale Gaslieferung, deswegen hat sich ja die Republik entschieden auf russisches Gas, Erdgas zu setzen und man muss ja auch immer die Interessenslage, warum wollten die USA nicht, dass wir Nord Stream eins oder zwei bauen, weil sie LNG-Gas gemacht haben. Es ist immer, die Weltwirtschaft funktioniert nicht altruistisch, hat es noch nie. Ja. Und natürlich, wenn sie umwandeln, dann brauchen sie ja noch Umwendungsenergie, weil sie müssen ja Gas, sie müssen es verflüssigen, sie müssen es transportieren und dann wollen die natürlich auch noch eine Marge haben und warum soll man das Gas für sieben Euro oder selbst für siebzehn Euro verkaufen, wenn man im Vergleich vierzig bekommt, machen die Norweger auch nicht. Norwegen, das norwegische Energieunternehmen ist, glaube ich, zu siebzig Prozent staatlich und ich glaube, vierzig Prozent der Einnahmen aus dem machen den Staatsausland von Norwegen aus. Warum sollen die Norweger das jetzt billiger verkaufen? Also damit wir besser haushalten können. Auch nicht altruistisch. Okay, kämen wir zum Wärmesektor. Frau Britz hat es ja eben schon gesagt, ich bin immer der Saarbrücker Zeitung dankbar, wenn sie so Themen aufgreift. 305 Wohngebäude, 64,7 Prozent tatsächlich davon sind Eigenheime. Das wussten wir aber. Wir sind das Land mit den meisten Eigenheimen und wir sind das katholischste, auch wenn die Bayern immer etwas anderes behaupten. Also die zwei Punkte, die dürfen wir für uns wahrnehmen, obwohl die meisten immer denken, es ist anders. Aber nein, wir sind die Eigenheimbesitzer. Ist ja auch klar, man braucht nur durch die Ortschaften durchzugehen, nach links und rechts. Wir haben eine sehr hohe Eigenheimquote insgesamt. Interessant ist auch die Aussage, 26 Prozent der Haupteinkommenspersonen in Haushalten mit Wohneigentum, das vor 1991 gebaut wurde, sind 65 Jahre und älter. Und das ist genau das Problem der Diskussion, die die Frau Britz eben schon aufgezeigt hat. Wer soll das machen? Wann soll das machen? Wie soll das bezahlen? Wenn das Ganze im Prinzip in eine Klientel reingeht, die tatsächlich ihr Haus abbezahlt haben, aber jetzt, sagen wir mal, am Lebensabend sind und sagen, ich fange nicht an, nochmal eine komplette Renovierung hier zu machen. Deswegen wird die Diskussion auch so heftig natürlich geführt. Wie sieht das dann in der Beheizung aus? Sehen Sie auch, im Schnitt in Deutschland werden 50 Prozent mit Erdgas, 14 Prozent mit Fernwärme, Ölheizung. Und im Saarland ist es tatsächlich anders. 48 Prozent Ölheizungen. Ganz einfach. Warum? Deswegen habe ich Ihnen am Anfang die Stadtwerke-Karte aufgezoomt. Dort, wo Stadtwerke sind, das ist anders. Da haben Sie teilweise, wir haben in Neunkirchen 70, 80 Prozent Anteil am Wärmemarkt, was die Gasversorgung angeht. Und die ländlichen Gebiete, also die, die früher zur rheinischen Provinz und nicht zum Saargebiet gehört haben, sind alle Öl versorgt. Also überall, wo Gasnetze in der Historie in dichten Ballungsgebieten nicht nach vorne getrieben wurden, finden Sie Ölheizung. Und deswegen ist im Saarland die Struktur wesentlich anders als in der Bundesrepublik, weil wir sind ein ländliches Flächenland. Ja, okay, mit einer kleinen Fläche, aber wir sind ein ländlich strukturiertes Land mit hohem Anteil an Ölheizungen. Hinzerbrücken sieht es etwas anders aus. Wir haben hier das Kraftwerk Römerbrücke immer gehabt mit einem hohen Fernwärmeausbau bis in die Stadtteile hinein. Die Außenbezirke sind dann Erdgas versorgt auch mit einem relativ geringen Ölanteil. Also es hängt dann von der jeweiligen Kommune ab, wie die Entwicklung dort war. Auch die Wohnungsaltersklassen sind sehr interessant. Und wenn Sie jetzt hier hinsehen, so 70er Jahre und hier rüber macht den Löwenanteil aus. Diejenigen, die mit Wärmepumpe kein Problem haben, das ist ungefähr der Teil hier, weil dort die Bauphysik halt etwas anders ist. Die Baualtersklassen bestimmen dann natürlich, was den Wärmebedarf insgesamt ansieht. Und ich habe jetzt hier mal von Becker-Büttner-Held eine Folie rausgenommen. Und zwar, wir haben eine aktuelle Sanierungsquote von 0,8 Prozent. Und wir müssten um einigermaßen unter die 60 Prozent, genau, auf die 60 Prozent zusteuern, müssten wir diese Sanierungsquote um 3 Prozent insgesamt, also auf 3 Prozent insgesamt steigern. Ist aber klar, wie halt ist ihre Gasheizung, sagen wir in der Regel 20, 25 Jahre, bis man sich neu entscheidet. Das heißt also, der Zyklus, den man im Prinzip hat, über 100 Jahre, ist viermal ein Gasheizungswechsel. Wenn man das Ganze jetzt schneller machen will, muss der Zyklus einfach erhöht werden. Und das sieht man ja auch hier sehr schön, 16,2, im Saarland 17,2 Jahre, bei ein- oder Zweifamilienalter ist das durchschnittliche Alter. Und keiner wirft ja eine Heizung raus, die noch funktioniert, außer es eh gerade im Sanierungsflow drin. Ja, Saarland Wärmepumpen, also auch hier für den Hochlauf der Wärmepumpen müssen wir noch ganz schön zulegen, um das Ziel bis 2000, und jetzt muss ich die Brille anziehen, bis 2030 allein nur von 5,26 Millionen zu erreichen. Im Saarland waren es 1.000 Wärmepumpen, die 2021 zugelassen oder gefördert wurden und 22 sind es schon 5.500 und allein die ersten Monate, die wir Anträge für Wärmepumpen hatten, werden das Zahl von über 5.500 Wärmepumpen weit übersteigen. So, kommen wir zum Gag, Gebäude-Energie-Gesetz. Wir haben eben mal die Frau Britz und ich in den Koalitionsvertrag reingeguckt, also wir haben auch mal gegoogelt, Koalitionsvertrag Ampel 2021, Gebäude-Energie-Gesetz 65 Prozent. In den Zusammenfassungen der Zeitungen finden Sie die Zahl 1.1.25 ist Schluss mit Heizen, finden Sie in den ganzen Koalitionsveröffentlichungen, also wie gesagt, in der Presselandschaft, finden Sie kaum. Also es war kein Thema, also weder hat das keiner richtig ernst genommen oder es war einfach den Zeitungen, haben wir mal gegoogelt, keine Meldung insgesamt wert. Erst als jetzt sozusagen das Thema Ukraine-Krieg, Gasmangellage kam, wir müssen am GEG was machen, wir ziehen es um ein Jahr vor, erleben wir das, was wir im Moment gerade sehen, aber der Grundsatz, dass 65 Prozent erneuerbare Energien in Heizungen reingesteckt wird und dass jede neue Heizung auch im Bestandsgebäude, wenn sie neu gemacht wird, der Begriff ist nur, da streitet man sich ja drüber, was heißt neu, dass die nicht mehr eine Gasheizung sein darf oder eine Ölheizung, auch wenn man sagt, technologieoffen, vom Grundsatz her ist das so, es ist nicht technologieoffen, wenn Sie eine Heizung ersetzen, dann eine Gasheizung, kommen Sie an der Wärmepumpe faktisch nicht vorbei, um diese Quoten insgesamt zu erfüllen. Es stand drin, es war nur die Diskussion jetzt des Vorziehens und natürlich die Geschwindigkeit, die wir gerade haben, aber vom Grundsatz her, den Beschluss gab es schon und auch das Thema Ausnahmeübergangsfristen war im Koalitionsvertrag eigentlich schon geregelt, dass es dort keine gibt, sondern dass das von heute auf morgen gibt und nicht nur, wie gesagt, für Neubauten, sondern auch für Bestandsanlagen. Dann ist ja heute oder ja heute das Thema Bild-Zeitung, die Stasi in unseren Kellern drin gekommen. Eigentlich ist es schade, dass so ein gutes Gesetz, nämlich die kommunale Wärmeplanung, so runtergemacht wird, weil eigentlich ist es die Grundlage. Eigentlich müsste das Gesetz der kommunalen Wärmeplanung zuerst kommen, damit halt die Frau Britz weiß, in ihrer Straße wird doch die Fernwärmeleitung doch hochgelegt und sie kann sich anschließen, sie legt sich zurück und sagt, ich warte jetzt vier Jahre, bis die Stadtwerke soweit sind und einen Fernwärmeanschluss legen. Planungssicherheit, ich bin Ingenieur, ich liebe Planungssicherheit, ich liebe Schritte, ich liebe es, wenn ich weiß, wie viel Volumen ich verbauen kann, welche Personalkapazitäten ich brauche und man sagt ja auch für die Heizungsbauer, die brauchen 65.000 neue Installateure, um das alles zu bewältigen. Ich könnte jetzt auch sagen, wir brauchen glaube ich locker 60.000 Pflegekräfte mehr, um uns alle zu pflegen. Ja, es sind Planungen, wo wir das alles herbekommen, das ist, sagen wir mal, die Aufgabe der Marktpartner, um das alles zu machen. Aber etwas, was ich als Kommune in der Hand habe, was ich als Versorger in der Hand habe, ist, miteinander zu vereinbaren, will ich in Kirkel, Neuhäusel, in einem Gebiet, ein Nahwärmenetz aufmachen, welche Fördermöglichkeiten gibt und bei den Bürgerinnen und Bürgern werben, das sich freiwillig anschließen oder kann ich als Gesetzgeber sogar, und das kennen ja diejenigen, die auf dem Echberg wohnen, einen Anschluss und Benutzungszwang durchsetzen. Das kann der Gesetzgeber, das geht. Und wenn man diese Grundlage hat, gibt es auch keine Aufregung. Dann weiß halt jemand in Ensheim, in Hangart, in Münchwies oder in Altstadt, ich gehöre nicht zu einem Nahwärmenetz, einem versorgten Gebiet, ich muss mich darum kümmern, in einer Reihenfolge insgesamt. Und das ist das, was wir zurzeit nicht haben. Wir haben keine Sicherheit insgesamt. Keiner weiß, was er tun soll und jeder ist mit dem Thema insgesamt überfordert. Deswegen werbe ich tatsächlich, also dieses Gesetz der kommunalen Wärmeplanung, was jetzt ist, das ist wirklich ein richtiges, ein gutes. Das gibt der Kommune eine Handlungssicherheit und den Bürgerinnen und Bürgern, die wissen ganz genau, ich wohne dort, ich muss mich um das kümmern oder ich muss mich nicht kümmern, insgesamt um das zu machen. Und wie gesagt, am Ende vor allem Dingen muss es einen Satzungsbeschluss geben, damit auch klar ist, was man darf und was man nicht darf. Ich komme aus einer Gemeinde, wo also Defizite sind im Fernwärmenetz, 70 Prozent sind angeschlossen, 30 nicht, weil es zu teuer war. Dem Versorger diese Randgebiete auszubauen, wer finanziert das? Da muss es ja Milliarden Förderprogramme geben. Bist du bei Gas oder bei Fernwärme? Bei Gas. Bei Fernwärme. Bei Fernwärme. Ja, Fernwärme wird hier auch überwiegend aus Gas. Es gibt das BEW, das Bundesförderprogramm Effiziente Wärmenetze. Da sind genau solche Studien, die wir jetzt in Kirkel, deswegen habe ich es gesagt, in Kirkel-Neuhäusl, machen wir genau eine Studie, um zu gucken, lohnt sich dort ein Nahwärmenetz, welche Fördermaßnahmen gibt es und es gibt ganz große Förderkulissen hinten dran. Es gibt sogar für den Betrieb einer Wärmepumpe, gibt es direkte Betriebszuschüsse. Also der Gesetzgeber hat das durch das BEW schon erkannt. Also Bundesförderprogramm Effiziente Wärmenetze. Das gibt es alles. Das kennt nur kaum, also das ist relativ unbekannt dafür. Aber auch da brauchst du für ein Nahwärmenetz immer Ankerkunden. Also ohne, dass dort eine Kita, ein Seniorenzentrum oder sonst was ist, funktioniert das nicht. Entweder du brauchst Ankerkunden oder du brauchst eine, Entschuldigung, Sie brauchen eine, Sie brauchen eine Erzeugungsquelle, die halt unabhängig davon ist. Es gibt ja ein anderes Projekt im Saarland, das wird mit Biomasse erzeugt und der Landwirt sagt, das ist der vereinbarte Preis und die Kalkulationsgrundlage ist dort. Aber entweder, wie gesagt, ist es mit großen Verbrauchern hinten dran und die anderen werden mit angeschlossen oder es hat eine Wärmeerzeugung insgesamt hinten dran. Aber auch das kann nur in einer kommunalen Wärmeplanung alles gemacht werden. Zum Beispiel, wenn man im Rheingraben wohnt oder in Bayern, in Oberbayern, da bohrt man, da hat man relativ viel Boden, also Erdwärme insgesamt, da kann man eine Wärmepumpe mit Erdwärme anschließen. Das sind ganz andere Bedingungen, als wenn man, sagen wir mal, im St. Wenderland liegt, wo man eh fast kein Grundwasser insgesamt hat, dann wird man auch keine Wärme insgesamt austauschen. Also deswegen ist ja das Instrument der kommunalen Wärmeplanung so wichtig. Ich habe ja eben erwähnt, in Dänemark, der hat eine Großwärmepumpe angeschlossen ans Meer. Oder Zürich, am Züricher See, die bauen jetzt auch, die planen jetzt eine Großwärmepumpe und nehmen aus dem Züricher See das Wasser, um die Stadt zu beheizen. Das funktioniert aber nicht überall. Also ich glaube, wenn wir die Saar stauen und alles abfiltern, das funktioniert auch nicht, dann ist es den Fischen irgendwann zu kalt. Nein, Scherz beiseite, es funktioniert nicht jede Lösung in ihrem Gebiet. Aber wenn ich von zentral Gasversorgung umstelle auf dezentral, brauche ich eine dezentrale Lösung und dies mit der kommunalen Wärmeplanung ist die gegeben, dass zumindest mal Antworten gegeben werden. Das andere sind Förderregime. Natürlich hängt es ab davon, ist das Förderregime so ausgelegt, dass sich die rechnet und vor allem, auf welchem Niveau rechnet das? Ist 120 Euro, also 12 Cent die Kilowattstunde angebracht, ist 18 Cent angebracht. Das muss auch der Gesetzgeber sagen und sagen, wo deckelt er eventuell und gibt dann Zuschüsse in der Sozialisierung zur Erreichung der Ziele. Immer zur Zielerreichung und wir sind lange schon aus dem betriebswirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Rechnen sind wir mit dem Preisbrems, was wir gerade sehen, sind wir schon lange draußen. Da ich ein alter Kommunaler bin, bin ich immer der Meinung gewesen, man kann nicht alle Güter dem freien Markt überlassen. Aber das ist meine Meinung zu dem Thema. Wenn ich betriebswirtschaftlich unterwegs bin, kann man das anders sehen, aber rein politisch war ich immer dagegen, dass gewisse Dinge des täglichen Bedarfs, ob das Wasser, Strom oder Gas sind, die gehören nicht in Großkonzernhand und die gehören auch nicht insgesamt in eine freie Marktordnung rein. Das Ankarren, das Besorgen, das ist was anderes, aber insgesamt das Verteilen, das Sozialisieren, sieht man ja jetzt bei der Energiekrise, zu was das geführt hat. So viele staatliche Eingriffe haben wir, glaube ich, seit den 70er, 80er Jahren bei der Kohlekrise nicht mehr gehabt. So, wie mache ich mein Haus energetisch fit? Wenn Sie sagen, wissen Sie schon alles, Sie haben einen Wärmeberater schon da gehabt, einen Gebäudeenergieberater, die AG Solar hat sich schon beratet, Ihr Stadtwerk war da, dann würde ich den Teil überspringen, aber das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Das ist das, was wir seit Jahren im Prinzip sagen, was die Stadtwerke sagen, was Ihnen Ihr Wärmeberater sagt, weil Sie auf die Verbraucherzentrale gehen, sagen Ihnen das, führen Sie Maßnahmen durch und zwar dann, wenn der Sanierungsbedarf ansteht. Streichen Sie nicht einfach Ihr Haus, machen Sie eine Wärmedämmung drauf. Nehmen Sie nicht einfach verglaste oder doppelverglaste Fenster, sondern nehmen Sie einen Gebäudeenergieberater, der Ihnen zumindest mal sagt, wie die Gebäudehülle insgesamt auszusehen hat. Planen Sie die Maßnahmen insgesamt auf einer Zeitachse. Wie gesagt, immer historische Gebäude und so weiter, die sind im GEG ja auch ausgenommen, also gibt es ja auch Ausnahme für das Ganze. Aber entscheidend für die Wirtschaftlichkeit ist, dass es sowieso Kosten sind, dass Sie so oder so ein Gerüst aufbauen und ein Wärmedämmverbundsystem machen, weil wenn Sie nur, wenn Sie im Prinzip nur, Sie haben Ihr Haus gestrichen vor fünf Jahren und bauen dann nochmal ein Gerüst auf, allein das Gerüst kostet Sie einen guten Anteil insgesamt. Und wenn Sie das Gerüst gerade stehend haben, dann sagen Sie ja, PV-Anlagenbauer soll auch gerade kommen, weil er kann das Gerüst mitnützen. Opportunitätskosten einfach nützen, ansonsten wird es natürlich wesentlich teurer, wenn Sie das außer der Reihe machen, wie man im Saarland sagt. Ja, und auch das sind Weisheiten, ich glaube, die habe ich schon in meinem Studium gesehen, wie viel wird insgesamt verheizt, über Kellerdecke, über Wand, über Dach, über Heizung insgesamt, wie soll eine Lüftung aussehen, ob kontrolliert oder von Ihnen aus, wie soll eine Nutzung aussehen und wie sollten Fenster beschaffen sein insgesamt. Und natürlich, das Thema Nutzung von Solara, PV und Warmwasser ist auch nichts, was Ungewöhnliches ist. Ich kann mich erinnern, als ich nach Saarbrücken gezogen bin, da war das Beratungszentrum der Stadtwerke, glaube ich, noch am St. Johanna Markt, da konnte man reingehen, man konnte sich alles angucken oder in Neunkirchen gab es auch das BIC, da konnte man sich auch Technik angucken, die damals noch nicht sozusagen azur war. Haben Sie früher mal ein Solateur gefunden? Nö. Also heute ist das nichts Ungewöhnliches mehr. Ihr Heizungsbauer um die Ecke verkauft Ihnen eine PV-Anlage, verkauft Ihnen eine Solaranlage, ist eingeführte Technik, es ist keine Innovation mehr hinten dran, sondern es ist tatsächlich marktreif, wie man sozusagen sagt an der Stelle. So, und jetzt kommt man nochmal zu dem Thema Sektorenkopplung und Sie sehen im Prinzip, wenn die Sektorenkopplung fertig ist, werden Sie im Haus nur noch einen Stromanschluss haben, natürlich Wasser, klar, logisch, aber Sie werden nur noch einen Stromanschluss insgesamt haben und dann kommt es darauf an, wie Sie Heiztechnik insgesamt umbauen. Sie können natürlich im Übergang sagen, okay, mein Haus ist noch ein altes Haus, Sie haben einen hohen Energiebedarf und bevor Sie einen Heizregister mit 7, 8 kW nachheizen, im Prinzip stromtechnisch machen, solange ja der Strom auch noch nicht alles aus Erneuerbaren ist, lassen Sie Ihre Gasheizung stehen, bauen Sie schon mal eine Wärmepumpe ein, haben Sie sozusagen den ersten Teil, die 65 Prozent hätten Sie erfüllt und dann können Sie eine energetische Sanierung obendrauf machen. Also das Thema Hybridheizung, Luftwärmepumpe plus Gasbrennwertgerät, das wird mit Sicherheit bei Häusern, die jetzt nicht eine Wärmepumpe alleine machen können oder auch die so laut ist, dass Ihr Nachbar mit Ihnen dauernd Kracht bekommt, ist das eine Alternative insgesamt, hier das zusammenzuschalten. Natürlich, eine Luftwärmepumpe funktioniert ganz einfach nur dann, wenn Sie eine günstige Wärmequelle haben, also wenn Sie eine Tiefenbohrung haben oder wenn Sie tatsächlich einen guten Platz haben und natürlich mit einer niedrigen Vorlauftemperatur. Idealerweise natürlich eine Fußbodenheizung, wobei ich glaube auch, da bin ich Ingenieur genug, die Ingenieure werden sich auch genügend Ideen überlegen, um die Heizkörper auch bei älteren Häusern so fit zu machen, dass Sie das nutzen können oder mit Nachheizregistern das insgesamt bewerkstelligen. Ich habe es eben schon mal ganz kurz gesagt, so eine Wärmepumpe, Luftwasser hat einen Umwandlungsfaktor von 2,5 zu 3,5, also wenn Sie vorher 20.000, mache ich es mir einfacher, 18.000 Kilowattstunden Gas verbraucht haben, brauchen Sie ungefähr 6.000 Kilowattstunden Strom, um die gleiche Heizleistung darzustellen. Also 1 zu 3 ungefähr, 6, 12, 18, Ja, ich habe richtig gerechnet, 6.000, gut, alles klar. Ja, dann war dieser Brücker Zeitung so nett, tatsächlich vorgestern am 24.05. so ein paar Fragen zusammenzustellen, die habe ich Ihnen hier auch mal mitgebracht, was kostet so eine Luftwasserwärmepumpe insgesamt, die reinen Anschaffungskosten werden mit 15.000 bis 20.000 Euro gerechnet und insgesamt geht man für ein 1-2-Familienhaus von 35.000 bis 45.000 Euro insgesamt aus. Was ich nicht wusste, das war auch neu, weil ich weiß, es gibt in anderen Bundesländern auch für Wärmepumpenabstandsregeln, dass sie drei Meter Abstand halten müssen. Das führt beim Rhein-Mittelhaus mit sechs Metern dazu, dass sie keine Wärmepumpe aufstellen können, weder links noch rechts. Im Saarland gibt es diese Regel nicht. Sie können an die Grenze eine Wärmepumpe bauen, sie müssen nur gucken, dass sie ihren Nachbarn nicht Lärm belästigen. Also die darf bei einem alten Haus, würde die dauernd laufen, das funktioniert nicht. Also da muss man etwas dann tun. Und natürlich auch, was mein Verband hier der Energie- und Wasserwirtschaft im Saarland gesagt hat, wir müssen natürlich, wenn die Anzahl der Wärmepumpen nach hoch läuft und auch Wärme- und auch Wollboxen nach oben laufen, müssen wir tatsächlich die elektrischen Netze erheblich ertüchtigen. Erheblich ertüchtigen heißt, wir müssen bauen, am Anfang steuern, dann bauen und dann irgendwann kosten auch die Netzentgelte etwas mehr, als sie heute gekostet haben. Aber auch eine Aufgabe der Bundesregierung, die hier zu bewältigen ist. Ja, dann, wenn Sie sich was angucken wollen, Online-Heizkostenvergleichstool, da kann man schön spielen, man kann eingeben, wie seine Baualtersklasse ist, können Sie mal machen. Aber besser ist natürlich, da ist auch eine Förderdatenbank insgesamt dabei, aber besser ist, Sie nehmen tatsächlich ein Gebäude-Energieberater und lassen einfach Ihr Haus einmal mustergültig untersuchen. Wenn Sie Maßnahmen umsetzen, wird auch der gefördert. Also im Rahmen der BAFA-Förderung wird auch die Energieberatung insgesamt angesetzt. Ja, wenn Sie mehr über Heizungen wissen wollen, weil das war ja heute nicht das Thema, sondern heute war ja Hintergrund der Energiepolitik, lade ich Sie jetzt hier schon mal ein, können Sie am 2. Einmeldeschluss ist am 2. 6. können am 6. 6. den Herrn Schmidt von der AGE Solar entweder bei den Gemeindewerken Kirkel im Ratshaus, Ratssaal im Prinzip sich anhören oder bei der KW in der Stummschen Reithalle eine Woche später am 13. Juni, also der geht dann tatsächlich in Heiztechnik bis in die kleinste Zehenspitze ein, mit Förderprogramm, mit allem Pipapo. Wenn Sie das wollen, ist der Vortrag mit Sicherheit dafür geeignet. Die Grundlage, warum Sie das machen sollten, die habe ich Ihnen ja heute im Prinzip mitgegeben. Ja, und wenn Sie fertig sind, haben Sie das dekarbonisierte Haus. Sie haben ein Energiemanagementsystem, also eine Speichereinheit. Sie haben Ihre Wallbox, Ihr Klimagerät, Ihren Speicher, Ihre Wärmepumpe. Sie haben Ihre PV-Anlage angeschlossen. Das Stadtwerk steuert Sie sozusagen nur, wenn es doch zu viel wird, falls das Netz noch nicht ausgebaut ist. Und von daher gesehen ist es auch überhaupt gar kein Thema mehr, dass in der Antriebswende die PKWs dann hochlaufen, immer mehr Energie verbraucht wird in Ihren Autos, wenn Sie zu Hause laden, ist auch überhaupt gar kein Thema. Und auch das Thema öffentliche Ladestationen, wenn Sie ja zu Hause eine Wallbox haben, ist ja auch kein Thema, weil wer tankt dann noch irgendwo außerhalb, wenn er zu Hause im Prinzip laden kann. Ja, Balkon-PV-Anlagen, die haben mich, glaube ich, die letzten vier Wochen Nerven gekostet insgesamt. Warum? Weil der Verband der Deutschen Elektroingenieure in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur gesagt hat, wie muss denn so eine Anlage, egal wie groß sie ist, angeschlossen sein. Da gibt es technische Regeln. Als die Politik dann irgendwann gesagt hat, ja, schließt es an, kam die Guerilla-BV-Balkonanlage, jeder hat sie hingehangen und sie musste trotzdem genehmigt werden. Also mit allem Marktstammdaten, Regelnregister, alles was dort ist und so viele Mitarbeiter haben wir gar nicht. So, dann haben wir uns dann mal die Seiten der Bundesnetzagentur angeguckt, coming soon. Da haben wir gesagt, darauf warten wir nicht, wir haben das Verfahren vereinfacht. Also es wird, sie hängen die einfach an, sie schicken uns eine Mail, füllen aus, dass sie alles geregelt haben mit ihrem Elektroinstallateur, dass alles in Ordnung ist, Punkt, aus, fertig. Wir sagen, wenn der Zähler nicht zu wechseln ist, viel Spaß. Also das haben wir umgestellt, das Verfahren, weil ansonsten werden wir nämlich dem Verfahren der PV-Balkonanlage, also kein Stadtwerk, wird dem sozusagen gerecht und Sie sehen ja, die Amortisation, die habe ich auch nicht ausgerechnet, sondern die habe ich mir von der Verbraucherzentrale genommen, drei bis sechs Jahre insgesamt, weil sie ja nicht den kompletten Strom, der erzeugt wird, eingespart, also selbstverbrauchenden Teil geht ja ins Netz, den bekommen Sie aber bei so einer PV-Balkonanlage nicht vergütet. Aber kann ich Ihnen nachher, wenn Sie wissen wollen, wie es genau geht, kann ich Ihnen nachher beim Wein erzählen, dass es kommt. Aber ich wollte es einfach, weil es im Moment so hochgefahren wurde mit den Werbungen, egal aus welchem Baumarkt, ohne Namen zu nennen. Ja, 80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel, auch diese Initiative des BMWK gibt es ganz lange. Was ist alles zu tun? Wir brauchen mehr Handwerker, wir brauchen PV-Anlagen, wir brauchen mehr Energieberatung und es wird dafür geworben, dass wir alle sozusagen uns auf den Weg in die Energiewende machen. Ja, viele Dinge sind noch im Fluss, aber, wie ein Kollege von mir gesagt hatte, die Karawane ordnet sich auf dem Weg. Also, verfallen Sie nicht beim Aufstehen als Kamel in die Panik rein, hören Sie sich nicht das Gemurre der Kamele in der Wüste insgesamt an, sondern warten Sie, bis alles sich auf dem Weg geordnet hat und man zieht so eine Karawane, zieht gemütlich und langsam und alle hintereinander. Im Moment ist viel Chaos, viele Kamele blöken in der Gegend rum und laufen rum und irgendwann wird sich die Karawane auch geordnet haben und die Energiepolitik wird für alle hoffentlich wieder übersichtlicher, verständlicher und planbarer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich denke, das war wirklich sehr informativ und jetzt kann man, denke ich, auch ganz viele Fragen stellen über die Situation auch insgesamt im Saarland. Ich sage erst mal nur eine, die mir auch jemand gesagt hat, Marcel hat es angesprochen, das Garmorwerk an der Römerbrücke wird mit Gas betrieben, wahrscheinlich auch nach die nächsten 20 Jahre. Das war eine totale Innovation, gelobt worden, unterstützt von der Bundesregierung und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn das 20 Jahre noch mit Gas läuft, warum müssen dann die Bürgerinnen und Bürger ihre Gasheizung, sage ich mal, jetzt recht zeitnah austauschen? Das sind alles so Fragen, die sich die Menschen im Moment stellen und auch was das Fernwärmenetz angeht, wenn wir sagen, 40 Millionen Haushalte in Deutschland, alle kriegen, eine Förderung von 10.000 Euro für irgendwas umzustellen, haben wir 400 Milliarden verausgabt, dann ist die Frage, ist es dann nicht sinnvoller, Fernwärmenetze zu installieren, also insgesamt diese Wärmeplanung, was ich wirklich sinnvoll finde, dass man diese Planung hat und darauf aufbauen, dann die Förderung auch vielleicht für die Fernwärmenetze installiert. Also viele Fragen, aber jetzt sind Sie dran. Marcel, erst mal vielen Dank für diesen ersten Teil, das, denke ich, war sehr informativ und da ist viel auf einen eingestürzt, aber wir können jetzt ein bisschen fragen und wie gesagt, beim Wein haben Sie nachher auch Gelegenheit, Herr Dübor ist noch da, auch ihm nochmal Fragen zu stellen. So, schießen Sie los. Ich hätte eine Frage zum Wasserstoff. Wo kommt der her? Also um den zu erzeugen, muss man ja enorme Energie aufwenden, die natürlich erneuerbar sein soll. Das funktioniert vermutlich nur, wenn man jetzt irgendwie die ganzen Staaten in Afrika und im Nahen Osten davon überzeugt, dort eine große Wasserstoffindustrie aufzubauen. Was sind die Schritte dahin? Ich habe ja eben gesagt, es gibt eine nationale Wasserstoffstrategie und auch das Saarland hat ja jetzt eine Wasserstoffagentur. Wir beschäftigen uns mit dem Thema. Das Idealziel ist natürlich den sogenannten grünen Wasserstoff zu erzeugen. Das heißt, aus erneuerbaren Energien mit Elektrolyseur, kennen Sie glaube ich, ich glaube Physikunterricht achte Klasse wird das ungefähr gemacht, Wasserstoff erzeugen, wird dann erzeugt. So, und natürlich, ich habe eben ja eine Folie gezeigt, dass zwei Drittel des grünen Wasserstoffs importiert wird und man geht einfach davon aus, dass dort, wo heute auch Ölfelder sind und große Flächen für PV-Anlagen, dass dort auch Wasserstoff erzeugt wird. Es wird eine Wasserstoffindustrie insgesamt hochlaufen und Sie sehen ja auch ein Drittel ist laut der Prognose soll nur in Deutschland insgesamt erzeugt werden. So, jetzt das Thema Wasserstoff ist ja ein uraltes. Warum, sagt man, nur für zentrale Anwendungen. Ich meine, es hat jeder wahrscheinlich das Bild der explodierenden Hindenburg im Kopf. Also, die Technik ist beherrschbar insgesamt, es ist aber ein leicht verflüssigbarer Stoff und deswegen geht man jetzt in der Strategie des Bundes davon aus, dass das nur in Großanwendungen insgesamt zum Einsatz kommen wird. Wie gesagt, die Netze könnten das, auch die Verteilnetze könnten das mit einer Tüchtigung machen, aber so viel Wasserstoff wird man gar nicht erzeugen können, wie im Wärmemarkt insgesamt zur Verfügung gestellt wird. Und dann stellt natürlich die Bundesregierung auch die Frage, muss ich erst aus Strom Wasserstoff herstellen, um die Netze einzusteigen, um dort wieder Wärme herzustellen. Das ist, sagen wir mal, wenn man sagt, es ist ein Kreislauf, also es ist alles erneuerbar, ist das wurscht, dann können Sie so viel im Prinzip umwandeln, wie Sie wollen, rein theoretisch. Aber Sie haben natürlich ja in jeder Umwandlungsstufe haben Sie Verluste insgesamt drin. Aber ich kann da die politische Frage nicht beantworten. In der Wasserstoffstrategie steht nur drin, wir müssen ausbauen. Es sind ja auch die ersten Projekte im Gange, die sagen, Sie wollen das und man geht davon aus, dass wenn die ersten Anschub, staatlichen Anschubfinanzierung kommen, dass natürlich dann irgendwann ein Markt sich für Wasserstoff bildet, genauso wie LNG und dann im Prinzip Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen und bis dorthin muss, wie bei jeder Technologie auch, auch bei Atomkraft musste man viel Geld investieren, bis die im Prinzip einigermaßen, sagen wir, zumindest mal betriebswirtschaftlich sinnvoll war, volkswirtschaftlich hat sie ja viel mehr gekostet als tatsächlich der Strom, der dort rauskommt, das wird sich zeigen. Aber da bin ich jetzt kein Experte, da würde ich Ihnen empfehlen, wir werden mit Sicherheit noch einen Vortrag, ich habe auch schon jemanden im Kopf, wenn Sie wollen, für das Thema Wasserstoff hierfür gewinnen können. So, weitere Fragen? Oder sind Sie alle erschlagen erst mal von dem Vortrag? Ja, bitte. Ja, zum Thema Wärmepumpen. Zur Luftwärmepumpe zwei Bemerkungen. Einmal, wenn wir sie am dringendsten brauchen, haben wir den wenigsten Strom aus Erneuerbaren und von daher negiert sich das System der erneuerbaren Heizung bei Luftwärmepumpen zur Zeit, weil wir dann mit über 50, über 60 oder über 70 Prozent Strom aus Kohle- oder Gaskraftwerken benutzen, um zu heizen. Das heißt, im Moment funktioniert das gar nicht so richtig und das andere, Luftwärmepumpen sind am wenigsten wirksam, wenn wir sie am dringendsten brauchen, nämlich wenn es draußen richtig kalt ist, weil Sie die Wärme halt aus der Außenluft nehmen und wenn es unter 5 oder unter 10 Grad geht, dann ist der Wirkungsgrad deutlich schlechter, beziehungsweise der Stromeinsatz ist deutlich höher als geplant. Das sind die zwei Sachen. Ich habe jetzt gehört, dass einige Kommunen schon Energiekonzepte entwickelt haben oder Gutachten in Auftrag gegeben haben und bei den meisten oder bei einigen Kommunen sind die Nahwärmenetze eigentlich am besten weggekommen, was die Kosten angeht und die Effizienz und ein Aspekt, den ich bisher auch nicht kannte, war das, des kalten Nahwärmenetzes. Das hört sich komisch an, aber das bedeutet einfach, dass man kaltes Wasser nimmt, um es an die Häuser zu bringen. In jedem Haus steht da eine Wärmepumpe und nimmt aus dem kalten Wasser nochmal die Wärme raus. Da haben wir weniger Wärmeverluste durch die Leitung und brauchen nicht eine zentrale große Anlage, die Wärme erzeugt, sondern viele kleine dezentrale Anlagen, die nicht aus der Luft, sondern aus dem Wasser die Wärme erzeugen und die funktioniert halt auch bei großer Kälte, weil das Wasser, was geliefert wird, halt nicht minus sieben Grad hat, sondern Erdwärme hat. Ja, Wärmepumpe funktioniert dann auch ohne Nachheizregister, wenn das Haus gut gedämmt ist. Haus aus den 2000er Jahren überhaupt gar kein Thema, brauchen Sie noch nicht mal ein Nachheizregister. Je älter das Haus, desto mehr Energie müssen Sie aufbringen und wenn Sie 70 Grad Vorlauftemperatur brauchen, um ein Haus warm zu bekommen, ist das genauso, wie Sie das geschrieben haben. Wenn wir fertig sind, haben wir nur noch Strom aus Erneuerbaren und deswegen stellt sich die Frage insgesamt nicht, muss nur genügend da sein. Das ist ja die Grundidee, die hinten dran sozusagen steht. Das Thema Nahwärmenetze, ich habe ja eben gesagt, es gibt verschiedene Ansätze. Das Hauptproblem ist, wenn Sie in einer Straße, mach mal, Sie hätten keinen Ankerkunden und Sie hätten 50 Anschlüsse möglich dort. Sie müssen ja verlegen nach der allgemeinen Versorgungsbedingung Fernwärmefrau, das heißt durch die Straße durch, Sie dürfen ja nicht durch die Keller durchgehen, weil das deutsche Recht dann schwierig ist. Aber ich habe hier lange genug in Saarbrücken Fernwärmevertrieb gemacht. Wenn Sie keinen Anschluss- und Benutzungszwang haben, dann sagt der eine, ich schließe mich doch nicht bei den Gemeindewerken Kirkel an das Nahwärmenetz an, da komme ich ja nie wieder weg, dann bin ich die Herr des Verfahrens. Das ist sehr hoch, also die Individualität des Einzelnen ist dort sehr hoch. Das müssen Sie tatsächlich machen, ansonsten bauen Sie so ein Ding, denken 50 Leute, sagen wir 45, schließen sich ein und am Ende sind Sie 20, dann haben Sie Stranded Investments. Deswegen sage ich, der Gesetzgeber muss das regeln, dass wenn, egal welches System hinten dran ist, dass auch ein Anschluss und Benutzung stattfindet. Und Fernwärme ist teurer, als wenn Sie es halt selber erzeugen, weil Sie rechnen in die Investition der Wärmepumpe ja meistens nicht die Investitionskosten rein, sondern nur die Betriebskosten. Macht jeder von uns. Also wer sagt, investiert die 40.000 Euro wegen meiner, hat sie auf der hohen Kante, sagt dann, gucke ich nur noch auf die laufenden Kosten. Keiner von uns macht Abschreibungen auf seine Investitionen und guckt, wie es ist. Das macht niemand im privaten Umfeld. Habe ich noch nie erlebt. Deswegen Fernwärme in der Innenstadt von Saarbrücken hat funktioniert. Große Mehrfamilienhäuser, die Vermieter haben das toll gefunden, weil einfach die Investitionskosten niedriger waren, weil die rechnen. Und Privatmann, sage ich Ihnen, wir haben ja, in einer Kommune haben wir ein Nahwärmenetz, das wollte immer der Betreiber loswerden. Wir haben es nie gewollt, weil die Kunden alle weg wollten von dem Nahwärmenetz. Alle wollten weg. Ein Anschluss und Benutzungszwang. Das muss gesellschaftlicher Konsens sein. Ansonsten brauchen Sie nicht anfangen, Nahwärmenetze zu planen. Fernwärme. Also auch eine gasbetriebene Fernwärmeanlage, Erzeugungsanlage muss umstellen. Und das ist genau der Streit, der im Moment auch über das GEG, wollte ich jetzt hier nicht aufmachen, aber die Frage kam ja. Im GEG, also jetzt ist es drin, dass bis 2030 ein Transformationsplan zu erstellen ist und auch umgestellt werden muss nach und nach auf Erneuerbare. So sieht das BEW das vor. Das GEG will diese Zeitschritte wesentlich verkürzen, verstellen und auch die Grenzen wesentlich anheben. Was natürlich für manche Fernwärmebetreiber bedeutet, dass sie tatsächlich getätigte Investitionen jetzt schnell umstellen müssen, obwohl sie noch gar nicht wissen, gibt es Wasserstoff, gibt es Biogas und wie stellen sie um. Also das sind auch so Knackepunkte, wo unser Verband der Fernwärmebetreiber natürlich auch gegen Punkte des GEG ist, weil es gegen das bestehende BEW-Programm einfach konterkariert. Also man hat eine Planungssicherheit gehabt und das kommt ein Jahr später, kommt Edge, Edge, wir machen es jetzt anders. Also das ist auch schwierig, insgesamt so ein Energiesystem aufzubauen. Zwei Fragen habe ich. Einmal würde ich gerne aufgreifen, was Charlotte Britz gesagt hat. Wäre das nicht viel vernünftiger, viel intensiver, solche Nahwärmenetz zu planen und die mit staatlichen Fördergeldern in Gang zu setzen? Das ist die eine Frage. das im großen Stil zu machen über Jahre hinweg, wenn die Zukunft eigentlich nur darin besteht, dass an jedem Haus eine Wärmepumpe stehen muss. Und die zweite, so als Bergbauland haben wir doch viel Stollen unter der Erde, wo es richtig warm ist. Auch Wasser, das steigt, das richtig warm ist. Kann man das nicht, könnte man das nicht in größerem Stil mit Wärmepumpen nutzen, wenn schon derjenige, den du da als Beispiel genannt hast, dass das Wasser aus dem Meer nutzt, um eine Gemeinde mit Wärme zu versorgen? Also vom Grundsatz her, jede Wärmequelle kann genommen werden, egal wie. Man kann auch in einem, nicht in der Wasserschutzzone 1 und 2, man kann auch eine Tiefenbohrung in der Wasserschutzzone 3 machen. Also das geht auch und dort Wasser, also das normale Wasser sozusagen fördern und dort Wärme entnehmen. Also das lassen wir gerade eine Studie darüber machen, deswegen weiß ich das. Aber nochmal das Thema Nahwärme, ja, könntest du auch in eine reine Einfamilienhausstruktur machen, aber dann musst du riesengroße Fördermaßnahmen machen. Das sind dann keine Einzelmaßnahmen, sondern Fördermaßnahmen. Die Frage ist, aber das ist eine gesamtenergiepolitische, kann man natürlich sagen, wenn ja alles erneuerbar ist, ist es ja kein Problem, ob ich es verbrauche. Aber ist es nicht sinnvoller, zuerst Energie zu sparen insgesamt? Und dann muss ich, sagen wir mal, ich rechne in einer klassischen, schönen Einfamilienhausstruktursiedlung im Nordsaarland aus den 60er Jahren und jeder kennt diese großen Blumenfenster, die kennt er alle, so, wo man die Blumen draufgestellt hat, das ist Riesenfenster, dass die verbrauchen eine Energie ohne Ende. Ist es sinnvoll, in so einer Siedlung tatsächlich ein Nahwärmenetz zu machen, das auf die Energieverbrauch auszulegen, es staatlich zu subventionieren oder sagt man, nee, geht bitte erst in die Renovierung rein, ihr könnt ja das Fenster, es gibt heute auch dreifach verglast diese Fenster, die sind auch nicht mehr so schwer, sodass man sie ersetzen kann und dann sagt man, wie ist dann die Versorgung insgesamt, bevor ich ganz viel Geld sagen wir mal in Nahwärmenetze, aber ich rede jetzt, ich bin ein Fernwärmemensch, schon immer gewesen, aber bei Nahwärme muss man die Verhältnismäßigkeit, weil eine Leitung Fernwärme ist dreimal so teuer wie eine Gasleitung, das war auch der Grund, warum viele Gasleitungen gebaut wurden, weil es viel einfacher, viel billiger war zum Transportieren als eine Fernwärmedoppelleitung hin und Rücklauf, ganz einfach. Nahwärmenetze, ja und die Voraussetzung für Nahwärmenetze habe ich eben gesagt, entweder ist die Erzeugungsquelle super niedrig oder es macht einen Privater und geht tatsächlich über die Gartengrundstücke, nicht über das öffentliche Gelände, aber auch da ist das deutsche Gesetz, wenn Sie die, das habe ich vor 30 Jahren schon untersucht, Nahwärmekonzepte, also wenn Sie Leitungen halt einfach von Haus zu Haus werfen mit einer einfachen Verlegetechnik, geht in anderen Ländern übrigens. Es gibt ganz viele Beispiele, Dänemark, Norwegen etc. Aber wenn Sie im deutschen Gesetz, will ich auf Ihr Grundstück, weil dort ein Loch ist und Sie verweigern es mir, muss ich mit einem Gerichtsbeschluss kommen. Das ist der Grund, warum keiner über private Grundstücke geht, weil einfach das deutsche Gesetz so ausgelegt ist, dass jeder lieber über öffentlich ein Gebiet geht. Das ist, dann müssen Sie die Gesetze ändern und müssen Sie sagen, wie in einem Mehrfamilienhaus, der Steigstrang nach oben ist ja auch, kommt ja der Heizungsbauer dran, wenn der Eigentümer sagt oder die Wohnungseigentümer Gemeinschaft geht, müssen Sie das Gesetz ändern und sagen, ich darf auf Ihr Grundstück, wenn einfach dort ein Loch in der Fernwärmeleitung ist, Sie darf es machen. Aber wie ist es, steht eine Konifere von Ihnen drauf. Wir haben ja heute schon mit Hausanschlüssen Wasser, die überbaut sind. Kann ich Ihnen sagen, Rechtsstreite ohne Ende, das nimmt zu. Das ist eine Frage der deutschen Gesetzgebung, ob ich das will oder nicht. Einfacher zu verlegen. Ich bin wieder beim Gesetzgeber. Ja, die Rahmenbedingungen müssen gesetzt werden. Aber da hinten war, glaube ich, noch eine Wortmeldung. Also ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, weil es war eine der ersten Folien. Irgendwas war da geschrieben von wegen, dass die erneuerbaren oder der Strom aus erneuerbaren Energien im Saarland, ich glaube, um 50 Prozent hochgefahren werden soll. Gibt es dafür irgendein Konzept oder ist das einfach nur darauf hoffen, dass... Ne, das habe ich aus einer Stellungnahme der Landesregierung habe ich die Zahl rausgenommen. Ich müsste nachgucken, was genau war. Ich weiß 92 Prozent Zustimmung für den Ausbau Erneuerbare, das habe ich noch im Kopf. Das andere ist tatsächlich Ziel der Landesregierung. Okay, danke. Bitte. Das ist nochmal... Ziele kann man... Aber die Fahrpläne dazu. Ich habe noch eine Anschlussfrage. Achso, Entschuldigung. Ja? Okay. Und zwar, also jeder weiß, dass die Energiewende ein bisschen hakt. seit Altmaier hier ein paar Bremsklötze in den Weg gelegt hat. Und was mich interessieren wird, ist, die öffentliche Hand könnte vorangehen mit der Installation von Solardächer oder anderen Maßnahmen. Da... Also auch bei Ihnen, Frau Pritz, man sieht einfach viel zu viele Dächer, wo kein Solardach drauf ist. so. Meine Frage geht in die Richtung, ich bin Mitglied von mehreren Bürgerenergiegenossenschaften und ich weiß, wie unsere Vorstände immer krummeln, wenn es darum geht, mit der öffentlichen Hand zu verhandeln. Es ist unglaublich viel privates Kapital da, das investiert werden will in die Energiewende. Ja? Die Bürgerenergie-Solaranlage in Bliesransbach war nach ein paar Tagen überzeichnet und so kenne ich das auch in andere Projekte. Ich werde auch mein privates Geld gar nicht los, ehrlich gesagt, wenn ich in die Energiewende investiere will über Bürgerenergiegenossenschaften. Wo hakt es denn da genau? Also ich weiß auch, dass jede kommunale, also jedes kommunale Energieunternehmen ist anders aufgestellt, schon klar. Aber warum wird nicht das Geld der Bürgerinnen genutzt, um diese Energiewende voranzubringen, weil diese 50 Prozent zubaut, die müsse irgendwo herkommen und mir ist nicht ganz klar, wo der Haken ist, warum dieses Geld von der Bürgerinnen nicht genutzt wird, um diese Energiewende gerade im Rahmen der öffentlichen Hand, Städte und Kommunen voranzubringen. Ich kenne die Diskussion, dass Gemeinde in Haushaltsnotlagen natürlich gar nichts investieren dürfen, auch wenn da irgendwas ist oder sowas. Aber wie gesagt, die Bürgerinnen wären bereit, wo ist der Haken? Also ich bin zwar von einem kommunalen Stadtwerk, aber für die Kommunen kann ich nicht sprechen an der Stelle. Also die Diskussion, ich verfolge, ich verfolge die Diskussion, ja tatsächlich, jede Kommune händelt das insgesamt anders mit kommunalen Dächern, wie gesagt, mit kommunalen Dächern. Meistens, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, wir haben ja auch ein paar PV-Anlagen auf Dächer gemacht, das ist dann das Bedenken, was passiert, wenn das Dach neu gedeckt wird. Wie ist das mit dem Abdecken, wie ist das mit dem Aufdecken? Wenn der private Investor nicht mehr da ist, wer trägt dann die Haftung insgesamt? Das ist ja immer sofort die Rechtsfrage, die dann gestellt wird. Das ist tatsächlich ein Hemmschuh, der dabei ist. Dann die zweite Frage, die häufig gestellt wird, ist, die PV-Anlage muss als öffentliche Netz angeschlossen werden, die Ausbaukosten insgesamt. Auch das sagt der Gesetzgeber ja ganz klar, der nächste Anschlusspunkt und der Ausbau muss im Prinzip der Verursacher insgesamt machen, also den Anschluss insgesamt. Auch da könnte man, aber das ist wieder ein Thema, jetzt komme ich mit dem Thema Anreizregulierung der Netze, man müsste in der Anreizregulierung tatsächlich für den Ausbau der Stromnetze, müsste man sagen, solche Ausbaukosten werden sozialisiert, also sie werden gemacht und können eingerechnet werden. Das läuft aber dem Pfad sozusagen der Anreizregulierung entgegen, dass ja eigentlich das immer günstiger werden soll. Auch dort müsste man dann eingreifen und sagen, was will man dann insgesamt. Auch das Thema, habe ich auch schon mir Gedanken darüber gemacht, dass derjenige, der keine PV, sagen wir meine private Meinung jetzt, also jetzt ganz klar meine private Meinung, ich bin der Meinung, wenn jemand ein Dach hat und kann oder will nicht investieren, kann man dann sozusagen ihn über eine Verordnung freundlich dazu auffordern, dass ein Dritter es machen kann und er bekommt eine Miete. Das ist aber auch eine Gesetzesänderung notwendig. Ich hätte da nichts dagegen, aber ich bin ja auch, sagen wir mal, kein Shareholder-Value-Typ, sondern eher einer, der sagt, man muss auch regulierend als Staat eingreifen. Also von mir aus, wenn Sie es erreichen, dass die Politik dort Eingriffe macht, glaube ich, geht das und vor allem die rechtliche Haftung. Aber das ist in Deutschland immer, wie dick muss ein Vertrag insgesamt sein. Eingriffe, weil ich jetzt nicht wie einer der Menschen nach draußen ist, es ist auch ein das ist bei Ihnen, denn da haben wir die ganze Zeit und das ist ganz viel viel angekündigt, das ist sogar von drei Jahren, wie sich die Lande um reclך zu befinden und wie sich dann bei Ihnen, bei den nicht beantworten. Also die beiden ja auch nicht sind, ob da halt viel war, dass es die Idee wird, dass es gut wäre. Aber wenn Sie so noch mal seit programmes in den die Diskussion, wenn Sie jetzt mal Das ist ja bei Garmor-Fachwärts oder auch bei den Stadtkandidaten schon mal, aber ich denke auch, das ist ein gutes Thema, wenn man auf den Bürgerinnen und Bürgern beteiligt will, auch mehr, sage ich mal, vielleicht Verständnis zu finden. Aber die wesentliche Frage ist ja immer... Also vielleicht, ich mache Ihnen ein Beispiel, wo es sehr einfach funktioniert hat. Fahren Sie im Neunkirchen an der Hütten-Siedlung vorbei, da sind lauter PV-Anlagen. Die hat die KW installiert, die Siedlung hat gesagt, ich stelle euch die Dächer zur Verfügung, ihr macht Mieterstrom und ihr rechnet das komplett ab. Das ging, weil mein Kollege der Siedlung und ich uns in die Augen geguckt haben und haben gesagt, wenn irgendwas ist, wir irgendein Paragraphen nicht beachtet haben oder irgendwo im Vertrag eine Lücke ist, wir regeln das. Das funktioniert, weil es im Prinzip in bilateralen zweistädtische Gesellschaften, die das miteinander gemacht haben, haben wir alle Gebäude bestückt. Also auf die Schule, die man öffnen, zum Beispiel hat es schon sehr klar, also es ist nicht so, als wäre nichts passiert. Der KW-L muss die KW-Tage in den Ausgleichen, die Kinder auf den Weg haben, der Veröffentlichung ist besonders, scheint, also da ist schon eine Ungelegenheit passiert, aber ein Teil ist das wirklich, das ist einfach eine Frage der Institution. Und man könnte auch, was ich sage, wie kommunale Handlung so angeht, alle Gebäude, unter erst mal alle Gebäude, der Landesgesellschaft, der Kommunalen, und dann geht gar nicht so, was die Bürger noch machen sollen. Das wäre ja auch eine Frage, der uns da auch immer anschließen können wird, weil die Kommunen natürlich auch noch haben, die haben kein Geld, oder kann man nicht mehr tun. Und da sind die ganzen Fragen, die im Moment, finde ich, auch noch sehr gut diskutiert werden müssen. Wir wollen ja sagen, dass wir noch zwei, drei Fragen machen und dann, die andere Frage, der Teil auch da noch leben hat, den Kunden weiter zu diskutieren, Ja, vielleicht gerade auf die Kommunen, das erhitzt ja doch die Gemüter. Sie haben ja auch über die kommunalen Wärmepläne geredet. Ich komme aus der Gemeinde Schiffweiler, ich sehe schwarz. Jedenfalls, manchmal denke ich auch, das ist teilweise ja eine Überforderung der Kommunen. Die Frage, ich fordere für alle möglichen Sachen, für EFRE, für dies, für das, im Grunde eigentlich auch Förderscouts. Sie sind ja nun an der Schnittstelle. Beraten Sie dann auch die Kommunen bei diesen Wärmeplänen, oder müssen die das so aus sich heraus entwickeln? Also ich habe eine Idee, die auch die Verbände VKU und VEW diskutiert haben, also wenn es nach mir geht, aber das hängt vom Saarländischen Landesgesetz ab. Das Landesgesetz muss dann bestimmen, wer ist Träger der Maßnahme, wer soll sie machen und wie wird es gemacht? Ich hätte gerne tatsächlich, gerade weil die Energieversorger oder die Konzessionsnehmer an der Stelle an der Schnittstelle ist, dass das zentral organisiert wird und wir eine Landesplanung Wärme im Prinzip machen, das Saarland in der Größe, weil Sie werden wahrscheinlich niemandem vermitteln, warum in Ottweiler, sagen wir mal, das Gebiet so untersucht würde und in Sternweiler anders. Also es sind zwei Kommunen direkt, die nebeneinander liegen, für die, die nicht ortskundig sind. Also das wäre meine Idee, dass wir das alle gemeinsam im Saarland machen und die Idee wird auch hoffentlich fruchten. Aber ich bin ja nicht Politik, ich kann nur sagen, die Anregung gibt es, dass das zentral organisiert werden sollte. Zumal wir wirklich zum Beispiel kleiner sind als die Stadt Köln mit dem kompletten Saarland und auf den Moment schrumpfen. Das ist dann viel besser. Aber ich sage ja nur mal für solche Dinge, wäre das kostengünstiger und sinnvoller. Aber jetzt war noch da hinten irgendwo eine Wortmeldung, glaube ich, oder? Ah ja. Zum einen kann ich vielleicht hier noch was zusagen, Beteiligung bei öffentlichen Windrädern. Da war ich kürzlich bei einer Podiumsdiskussion mit Herrn Barke und da ist vorgesehen, zumindest im Bereich Windräder eine zwangsweise Beteiligung der Bürger einzuführen, um auch die Akzeptanz zu steigern. Also das Thema Beteiligung an Erneuerbaren zur Förderung der Akzeptanz, das ist überhaupt gar kein Thema. Ich glaube, das sollte jeder, der einen Windpark in der Nähe von einem, sagen wir mal, selbst wenn er nicht wie in Bayern die weiten Abstände hat, also sollte man so oder so machen insgesamt. Also dass Bürgergenossenschaften oder Bürgerbeteiligungen bei Erneuerbaren d'accord. Seine Frage war ja eher der rechtlichen Natur, warum nicht auf jedes Dach eine PV-Anlage. Aber glauben Sie mir, so viel Balkonanlagen haben wir die letzten zwei Monate nicht gefördert oder wie beantragt wird. Also man erlebt, es wird eine Dynamik insgesamt reinkommen. Ich hätte noch einen zweiten Teil und zwar würde mich interessieren, Sie haben eben, glaube ich, von Altstadt oder Kirkel, Bereich Kirkel gesprochen, von einem Nahwärmenetz. Neuhäusel, bitte. Okay, Kirkel, Neuhäusel, sagen wir ländlicher Raum. Mich würde interessieren, auf welcher Basis, dass da ein Nahwärmenetz geplant ist. Ich komme ebenfalls aus dem ländlichen Raum, aus der Nähe. Niederbexbach ist ja in der Nähe von Kirkel, Neuhäusel. Also das Gebiet ist untersucht worden und idealerweise gibt es dort ein paar gute Voraussetzungen. Erste Voraussetzung ist, die Kommune hat dort einen Kindergarten. Es ist die Burghalle in der Nähe. Es ist noch ein Seniorenzentrum in der Nähe, ein großes Hotel. Also ich habe die sogenannten Ankerkunden, habe ich. Punkt eins. Punkt zwei, es ist im Wasserschutzgebiet drei. Das heißt also, man könnte eine Wasserwärmepumpe, also Wasser, Wasser anschließen und das nützen, sofern es genehmigt wird. Das ist immer die Voraussetzung. Punkt drei, die Gemeinde hat einen schönen alten Sportplatz, den man mit tatsächlich solarthermischen Anlagen bestücken kann, um dann auch dort eine Lastabdeckung im Sommer zu machen. Also Sie sehen, schönes Gebiet, also wirklich sehr schöne Voraussetzungen und eine innerstädtische, also für ein Dorf wirklich eine kompakte Bauweise drumherum. Das sind wir gerade über diesen BEW, sind wir das tatsächlich am Rechnen. Ersten Ergebnisse liegen vor. Sie müssen erst eine Vorstudie machen. Die muss dann genehmigt werden. Dann dürfen Sie in die Hauptstudie rein und dann müssen Sie die Hauptstudie umsetzen. Also das sind ganz viele Genehmigungsschritte. Und suchen Sie jetzt mal ein Ingenieurbüro, der das mit Ihnen durchmacht. Also ich glaube, ich habe gehauen, gedrückt, bis ich eines gefunden habe, das gesagt hat, ich mache das in der Schnelle. Also auch Planungskapazitäten, Ingenieure gibt es ja auch nicht mehr wie Sand am Meer. Das wird die höchste Herausforderung sein, die Planungskapazitäten auf den Bein zu. Aber Grundvoraussetzung, also ich kenne noch zwei andere Projekte, die ähnlich waren. Es war immer ein großer Verbraucher drin und es war eine Strecke sozusagen zum Verbraucher von der Wärmequelle und zurück und da wurden Anschlüsse gemacht. Also es gibt so eins, glaube ich, in, war es Riegelsberg oder Heusweiler, ich verwechsel die zwei immer. Aber grundsätzlich brauchen Sie einen großen Ankerkunden und Sie müssen eine Untersuchung machen. Das war in dem der Stadtler, das geplanten, auch in der Letztung nicht. Ich, also der Gemeindewerke Kirkel, da bin ich Geschäftsführer auch. Also Stadtwerke. Nein, nicht Stadtwerke Kirkel, das nicht, also Gemeindewerke Kirkel. Die werden dann zum Stadtwerk. Lassen Sie mich über, also soweit, ich mache erst mal die Planung mit allem drum und dran, wobei das ein klassisches Nahwärmenetz ist, nicht mit PV, sondern mit solarthermischer Anlage. Und dann ist die Frage, aber die Idee ist gut, wenn man die Bürger, die dranhängen, mitbeteiligt etc. Die Idee ist gut, aber Sie haben einen Aufsichtsratsmitglied der Gemeindewerke Kirkel da, der hat das wahrscheinlich aufgenommen, der fragt mich wahrscheinlich in der nächsten Sitzung, fragt er mich genau das. Also ich breite mich darauf vor, Herr Nägler. Gibt es jetzt noch Fragen insgesamt? Gut, dann würde ich mich jetzt mal bei Marcel Dubois ganz, ganz herzlich bedanken. Und es war wirklich toll. Und auch bei Ihnen, dass Sie heute am Pfingstfreitag bei dem Superwetter so lange ausgeharrt haben. Und das zeigt doch, dass das Thema spannend ist. Ich denke, wir werden noch an dem Thema dranbleiben. Da gibt es mit Sicherheit noch einiges zu diskutieren. Und was wir gesagt haben, was sich eigentlich herausstellt, das Gesetz kann, so wie es ist, nicht verabschiedet werden. Es gibt einfach zu viele Fragen. Die Menschen werden nicht mitmachen. Und es ist eigentlich fast logisch, dass die Wärmeplanung her muss, bevor dann weitere Schritte kommen. Und man kann ja sagen, also zum Beispiel bei Neubauten, ab jetzt müssen keine Gas- und Ölheizungen mehr eingebaut werden. Wir machen eine Wärmeplanung, damit die Bürgerinnen und Bürger sich irgendwie darauf einstellen können, was passiert, wenn meine Heizung kaputt ist. Oder sich jetzt mit einem Energieberater einen Plan für die nächsten Jahre machen, der dann auch finanzierbar ist. Also ich glaube, das sind Wege. Und wir hoffen ja, wir denken ja positiv. Wie gesagt, Demokratie ist nicht einfach. Und die Diskussionsprozesse, dass sowas jetzt auch in Berlin noch diskutiert wird, dass es keine Ideologie gesetzt wird, sondern dass es ein Praktikables wird für die Bürgerinnen und Bürger. Und vielleicht hat ja irgendjemand zugehört. Oder wir können es noch irgendjemandem erzählen. Jedenfalls vielen Dank. Und jetzt sind Sie alle noch ganz herzlich auf einen Wein eingeladen und können noch weiter diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank.